Da ist es! Das Spiel! Übrigens durch einen Druck auf die Leertaste auch pausierbar. Also wenn es euch zu schnell geht, dann könnt ihr das Spiel auch pausieren. New Message Establishing a foothold There is a fire at the heart of every settlement A bastion of safety, warm And light against the darkness of the world On this cold spring morning Your men blow on their fingertips The breath clouding in the air But there is plenty of work to warm them As the toil begins You can almost imagine your heel The ring of ends The tolling of belts Rise of the marketplaces Possibilities In the distance Fog lingers in the hollows of the land The world is cried watchful Waiting for you to choose Which of those to make real Also hier geht es einfach nur darum Hier wird so ein bisschen die Geschichte erzählt Das wird hinterher für euch wie gesagt auf Deutsch sein Ähm Wird ein bisschen Atmosphäre mit Mit reingebracht durch den Text Ähm Das wir uns ja dann hinterher auswählen können Was wir von diesen ganzen Träumen, die wir haben, verwirklichen wollen Und hier drunter haben wir dann Objectives Also Ziele, was wir machen wollen Brennery Logging Camp Foragerhut Und Star House Das sind diese vier Mission Ziele, die wir jetzt erstmal haben Die wir bauen sollen Frag, grüß dich Die wir holen Aber, Leute Jetzt müssen wir erstmal Es wäre kein Ranger Aufbau streamen Wenn wir nicht auch mal die Atmosphäre genießen Ähm Ich gucke einmal ganz kurz was nach Kann ich das UI schon ausblenden? Das ist wichtig Kann ich das UI ausblenden? Ähm Steuerung C Das hier Sind die Personen im Spiel Das ist die Grafik des Spiels Ah, wie schön das aussieht, ey Ohne Mist Stehen hier rum Reden miteinander Ich finde die Personen sehen so cool aus Dafür, dass, äh Dass das ein Strategiespiel ist Wovor irgendwie nah man rangehen kann Pfeifst du? Ich glaube, dir geht es so gut im Leben So, jetzt gehen wir mal raus Was macht er denn jetzt mit dem Ochsen? Lass den Ochsen in Ruhr Ach, er streichelt den Ochsen Sunnyweather Ne, das ist Feuer oben am Himmel Die Hintergrundmusik finde ich auch sehr cool Für ein Einmann-Team sehr beeindruckend Auf jeden Fall So, Pause Hier oben haben wir unsere Ressourcen Unassigned Families Äh, Assigned Families Unsere gesamte Population Wie sehr die Zustimmung für uns ist Die öffentliche Ordnung Der Wohlstand der Region Ähm, Livestock Also unsere Tiere, die wir haben Wir haben Vierecke dabei Dann haben wir hier die Anzahl der Monate Bevor wir keine Ressourcen mehr haben Unsere Stadt Current Settlement Level Siedler Camp Uh, Content ist lockt in der Demo Ah, schade Hm Ei, 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 ei Das hier wird also hinterher der Forschungsbaum sein Development, Policy und Production Dahin wird sich das hinterher aufteilen Ist leider, wie gesagt, in der Demo noch nicht verfügbar Wird noch ausgearbeitet Aber sehr cool Mir gefällt irgendwie auch dieser cinematische Balken hier Das macht irgendwie was Besonderes dabei Die sind vertont, ja Aber die werden auch nur auf Englisch vertont bleiben Deswegen haben die diesen starken englischen Dialekt Crops Food haben wir hier oben Äh Fuel Timber Stone Tools Materials Commodities Und Equipment Hier oben sieht man das Äh, sieht man Meine Kamera ist nicht drüber Das ist sehr gut Hier oben sehen wir dann, wie viel wir in unserer Schatzbank In unserer Bank haben Wie viel, ähm Royal Taxes es gibt Das heißt, wir müssen auch nochmal an den König bezahlen Wie viel Einfluss wir haben Und wie wir in der Gunst des Königs stehen Okay Very work in progress Press to walk around your own town in third person The fuck? Ja Meine Untertan Seid ruhig, seid ruhig Ranger ist da Ihr müsst euch nicht weiter freuen Habt ihr mir Essen gemacht? Warum liegt ihr noch nicht zu meinen Füßen? Schuftet Coole Sa- Ey, das ist, das finde ich richtig cool Richtig cool Okay Knorkel Fallschaffter, grüß dich Das sieht ja eher nach RPG aus Das ist, glaube ich, die einzige Funktion, mit der man da runterkommt Profiler High Wir gucken mal zuerst bei Construction hier unten Hier unten haben wir ja die restlichen Sachen Settings Obwohl, gucken wir vorher mal bei Region Map Das hier ist unsere Region Map Dann haben wir da auch sogar ein Tutorial Das heißt Das heißt Das hier ist das Land Wir nehmen mal die Karte ein Das hier ist das Land Wir haben Reichenfurt Und wir sehen, welche Ressourcen es in Reichenfurt gibt Ich weiß es nicht zu 100% Weil ich dazu keine Informationen habe Aber Obwohl, ich glaube, ich habe das mal gelesen Im Developer Diary oder ähnliches Hinterher Werdet ihr in jeder dieser Region Falls ihr möchtet Noch mal eine Stadt bauen können Noch mal eine Siedlung bauen können Und um die in Vorherrschaft kämpfen können Bisschen zur Handelsroute hier oben Wahrscheinlich sogar gegen andere Herrscher Und Herrscherin Das ist cool Das ist cool Und hier oben haben wir dann unsere Möglichkeit Claim with Influence Oder Claim with Favor Da wird man wahrscheinlich auch rüberrein können, ne? Das Spiel wird echt nur von einem Entwickler Entwickelt 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 Wooded Horses hat sich das dann unter den Nagel gerissen Als Publisher Hat dafür Geld investiert Hat ihn dann unter Vertrag genommen Und jetzt ist er hauptberuflicher Entwickler Und kann sich voll und ganz um das Spiel kümmern Jetzt habe ich mein Dorf verloren Okay 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 Wir können die gesamte Karte einmal mit der Kamera lang gehen Alles klar Hier ist die Trade Route Wo wollen wir noch hin? Hier drüben lang? Lass uns doch mal hier durch den Wald laufen Oh, es ist dunkel Ei, ei, ei Ich kann gerade nur rumlaufen, ne? Eine Handelsroute Fremder, wohin führt diese? Wir zoomen mal wieder raus Automatischer, dynamischer Zoom Bis in die, äh, in die Kartenstufe Wir können dann wieder hier reingehen Sind dann in der jeweiligen Region Können über den Horizont blicken Und wissen, hier hinten ist unseres Also das habe ich mir jetzt gemerkt Das heißt Ich würde dann diesen Flussverlauf folgen Der Flussverlauf führt hier auf dem Weg Am Anfang werden wir jetzt mal ein bisschen rumfliegen Wir werden jetzt mal ein bisschen probieren So Da hinten Diesen Wanderweg Den will ich nach oben gehen Aber ihr könnt denken Ich spiele gerade Kingdom Kingdom Camps, oder? Vor allem von der Perspektive her Dann geht es hier hoch Dann sind wir da Wie cool ist das denn? Das ist ja richtig gut Äh, Männerlords Männerlords ist ein, äh, Aufbauspiel im Mittelalter Das sich vor allem auf den Aufbaupart Und auf die Total War ähnlichen Schlachten konzentrieren wird Das ist das wo, äh, ganz kurz zusammengefasst von Männerlords Der Download ist noch nicht verfügbar Der ist erst heute ab 18 oder 19 Uhr, sobald das Event beginnt, verfügbar Naja, jetzt haben wir lang genug hier rumgewurschelt Lang genug uns das angeguckt Wir gehen mal auf Construction Und wir werden mal beginnen mit Ich würde mal sagen mit einem Logging Camp Also mit einem Holzfällerlager Kostet zwei Holz Wir haben 16 Workers fell nearby trees to produce Timber for Construction Und das können wir frei Ähm Das können wir frei Hin und her schieben Und frei platzieren Wir müssen für uns selber entscheiden Wo wir das hinpacken wollen Könnten wir drüben hinpacken Aber da ist ein relativ guter Wildbestand drin Wir könnten sie übrigens auch mitten in dem Wald platzieren Dann würden dann dementsprechend die Bäume gefällt werden Die drumherum sind Ähm Warum ist denn hin? Relativ nah, oder? Also eigentlich Die Musik Cool, ey Radies moin Wir bauen es mal hier oben erstmal hin Wenn wir es gedrückt halten Können wir das frei platzieren Na vielleicht doch nicht Da müssen wir einen Baum für fällen Das wäre So Ok, die werden automatisch zugewiesen Ok, wenn sie nichts zu tun haben Helfen sie automatisch in den Gebäuden Wir nehmen mal die Pause raus Nach Lorena McKennett Kenne ich leider nicht Kenne ich leider nicht Ja, die haben aber auch nicht das schnell laufen zur Arbeit erfunden, ne? Hallo, wir werden den Ochsen nicht grillen Auf was für einen Trip seid ihr denn jetzt? Wir werden doch nicht unser einziges Arbeitstier Jetzt hier direkt anfangen zu grillen und zu verbrennen Oder? Da, guck Oh! Gott, was? Die haben hier hinten einen Holzstamm runtergeholt Und der Ochse zieht ihn rüber? Durch ein Zelt durch Ok, das sind halt Kleinigkeiten Das ist Das ist mal cool Das ist mal cool So ein cooles Detail dabei Ey, das finde ich ja mal Uch, ich habe auch so sehen Wie dann geht der denn hin? Die Ochse bringt sogar sein eigenes Holz zum Grillen Klar, irgendwann wird es natürlich wieder ein bisschen plastischer Da können sie ja nicht alles hier wieder hinbringen Ist ja logisch Sonst würden wir ja ewig brauchen Wenn die jetzt wirklich in der Echtzeit ein Holzferderlager aufbauen will mit Bäumen und so Aber Thorga, grüß dich Ich feiere die auch Das ist sowas von cool Wieder eins drangehangen Und jetzt wird sie da rüber gebracht Nein, ist das cool Ist das geil I'm so excited Wieso zieht er nicht zwei? Das sind die richtigen Fragen Tom, das sind die richtigen Fragen Wird abgemacht und dann bauen sie wieder Ach, das ist richtig schön Das ist so ein cooles Detail Besser als das neue Siel Alles guten Morgen Jetzt ist die Frage, ob man hinterher dann mehr Friedlein heißt, der Ochse Können wir den Ohm benennen? Hallo Nicht so angrunzen Das wird doch eigentlich Eigentlich wird es Zeit für Arbeitet schneller Ist das alles? Sag mal, wo haust du denn hin? Das ist ja einfach die Luft hier Baut mir ein Schloss Nicht den Stein hauen Wo waren sie? Arbeiten sie Los Reite den Ochsen Ich glaube nicht, dass man reiten kann Vielleicht kann man später noch reiten In der Third-Person-Ansicht Ein Schloss aus Holz Gab es doch vor allem in Norwegen Die, äh Diese Jarlhütten Der Außenknecht als Suche Ich bin halt grüßtig Okay Ähm Bauen wir mal weiter Construction Ist aber schon ziemlich viel hier drin In der, in der Zum Bauen Ähm Können Förster bauen Wir können aber auch einen Woodcutter bauen Damit wir noch Holzbretter bekommen Ich würde sagen Wir holen uns erstmal so ein Hunting-Camp Hier drüben haben wir ja ein Jagdgebiet Muss das an ein Jagdgebiet rein? Workers hunt while elements in the region Ach, in der kompletten Region Ja gut, dann machen wir es hier hin So Vorraisman, grüß dich Äh, gibt es einen Termin für den Release? Noch nicht Noch nicht Das war ja schon relativ überraschend Die Ankündigung Dass das hier überhaupt im, äh Im, ähm Ähm Ich weiß nicht, wie dieses Fest heißt Dieses Demo-Fest sein wird Ja Das riecht da high Hier haben wir übrigens noch Overlays Also das steht hier Wo meine Kamera jetzt gerade drüber ist Overlay Äh Und Overlay Da haben wir einmal Underground Rata Was uns angezeigt wird Also das Wasser läuft hier unter der Erde entlang Einmal Fertility Fruchtbarkeit Smell Es kann auch stinken Okay Got it Kannst du selber Wege anlegen Oder passiert das dynamisch? Also es gibt hier Add and remove roads Some workers can use hand cards To transport goods More efficiently Up to ten items at once To enable hand card transportation Road points from both buildings Have to be connected by the road network Moment Lass uns mal schauen Ne, man kann hier Punkte für die Straße festlegen Und dann dementsprechend bauen So Also es ist schon relativ dynamisch Lass mich nochmal hier removeen Wie mache ich das? Alt Remove Also man kann hier unterschiedliche Wegpunkte freisetzen Dann zum Schluss bauen Also deutlich dynamischer Deutlich dynamischer als mit Pharis Frontier Definitiv Wo Ochsen laufen kann es auch stinken Ach Quatsch Da ist genau das was man braucht Vor allem gridless Yo Vor allem gridless So was brauchen wir noch? Exposed food Food has to be moved to a granary Or else it can be damaged by weather Wo haben wir die denn? Bestimmt hier, ne? Hier haben wir unsere Unser 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 Tötere Unsere Hütte In der wir Mann, wie nennt man das denn nochmal? Essens Essenslager D Ihr wisst schon was ich mein Unseren Rübenkeller Um unser Essen zu Verstauen Kornspeicher Danke Silo Genau Das meine ich Das meine ich Unsere Kornkammer Unsere Kornspeicher Hier können wir die Priorität festlegen Auf welcher Priorität er sein soll Und je höher die Priorität, desto eher wird das gebaut Wir können Hier können dann eine maximale Zahl von Arbeitern rein Transportierte Waren Wenn ihr jetzt einmal was ablegt, dann Ist es dann eins von zwei Ja Ist dann eins von zwei Hm Hm Okay Vorratsschuppen Mein heiliger Kühlschrank Äh Totzta Ich weiß gar nicht, ob ich Grüßt habe Sondern er fängt an hier aufzubauen In unseren Kornspeicher Wollt ihr da keine Tür reinzimmern? Also ich frage nur Meint ihr nicht, dass sie vielleicht da wichtig sein könnte? Wolli moin Boah gut Bauen wir mit Holz ein Haus aus Stein Ja, ich glaube da wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen angepasst werden Wie gesagt, das ist eine frühe Early Access Version So, was haben wir noch? Storehouse Was brauchen wir noch? Login Camp haben wir Granary haben wir Torager hat Bestimmt hierbei, ne? E Ah, hier haben wir es Da Aber wo haben wir Beeren? Äh, musst du beim Holzfäller Arbeiter Arbeitsbereich zuweisen oder läuft das automatisch? Also das läuft, soweit ich es verstanden habe, vom Tooltip automatisch Das heißt, sie laufen jetzt zu den Heu Äh, äh, zu den Bäumen ob sich herum hin Aber da arbeitet momentan keiner Also da müssen wir mal einen zuweisen Okay Ich dachte gerade, der hat einen Tipp gesagt Müssen die Personen anscheinend aber manuell gerade zuweisen Okay, wo haben wir denn jetzt hier? Wo haben wir denn Beeren hier? Berries Da drüben Dann bauen wir doch hier welche Oder haben wir doch woanders welche? Hier Ne, wir bauen hier welche hin Also Ja, mal hier rein Und jetzt werde ich mal eine Straße hier lang bauen Wo müssen wir denn hin? Kann man hier drum bauen? Na komm schon So und jetzt haben wir quasi eine Straße gebaut Können wir ja einmal kurz anschauen Gehen wir mal wieder in die Third Person rüber Oh, wir können auch rennen Das heißt, wir würden Das hier wäre der Weg, den wir laufen würden Man muss sogar auf Überjagen aufpassen So wie ich das gesehen habe Gucken wir uns gleich nochmal an Ein bisschen Frühsport Eure Lordschaft Ein bisschen Frühsport Ich kann ein Reich nur regieren Wenn ich am Anfang 10 Kilometer gelaufen bin Dann geht es hier durch Oh, schön mit Wäldern Mit Bäumen zu Ja, hier müsste man noch ein bisschen stutzen Da sieht es ein bisschen sehr eng aus Und dann sind wir da Zack Dann gibt es hier Beeren Ey, schaut euch mal an Wie cool das aussieht Ey, ohne Mist Wie kann es sein, dass eine einzige Person So was geiles grafisch schafft Und große Entwicklerstudios Kack darauf geben Boah Da ist mal kurz Raging Ranger wieder rausgeholt So, wir gucken einmal kurz Hunting Limit Also wir können sagen Wenn die Herde bei 20 angelangt ist Die ist bei 35 Dann hören die automatisch auf zu jagen Damit wir den Wildbestand nicht Nicht platt machen Und wir können sogar sagen Wir wollen eine 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 Ein Bereich festlegen Oder wir sagen Er darf einfach unbegrenzt überall In diesem Bereich jagen gehen Sajmuriz, grüß dich We're on the gaming high Die eine Person macht das aus Eigeninteresse Und Engagement Man kann den Mandalore direkt steuern Ja, so habe ich aber auch geguckt Tatsächlich So, dann versuchen wir jetzt auch nochmal Gleichzeitig eine Hütte zu bauen Ich weiß übrigens noch überhaupt nicht Wie wir hier neue Personen zu bekommen Was haben wir denn hier Provides living space for one family Aber, aber die Also man sieht zwar nur einzelne Personen Aber, hier oben sehen wir ja auch Die werden nach families gestaffelt Das heißt, wir sehen nur den Mann, der da arbeiten geht Und dann irgendwo muss noch eine Family sein Das heißt, wahrscheinlich über Nachwuchs Können wir mir vorstellen Herios, grüß dich An upgrade grants a development point An extra leveling Builds Alter No way Ich baue das Ich baue das selber Some buildings Ich baue das an die dynamische Straße selber Alter Falter, ey Die Zeit grüß dich 19 Uhr genau Vielleicht auch 18 Uhr Ich weiß nicht, wann dieses Festival beginnt Muss ich sagen Some buildings Some buildings have flexible borders Place four points To designate an area To designate an area Orange area The cursor will snap to the roads And other Ach, der bindet sich sogar an die Straße Got it Moment Okay, der bindet sich an die Straße Ey, komm So muss man mit dynamischen Straßen umgehen So muss man mit dynamischen Straßen umgehen So nicht anders Und mit einem Rechtsklick kann man die sogar wieder weg machen Wir können ja gerade nicht bauen Plot to small Ist zu klein Also müssen wir das Ich glaube wir brauchen dafür auch nochmal andere Ressourcen Muss man gleich mal gucken Größer bauen Ja, wir können doch nicht jeder Familie so ein Riesenhaus bauen Ach, da werden mehrere Häuser nebeneinander gesetzt Einfach mal Weil Wir können entweder ein Haus so bauen Wow Ich bin ernsthaft begeistert Ich bin ernsthaft begeistert Ich bin ernsthaft begeistert Wollen wir hier eine Straße hin ich weiß leider nicht wie viel das kosten wird das heißt ich könnte ja eigentlich sagen hier hier kommt ein haus der ein haus ist ein bisschen viel wollen wir mal hierhin da scheinbar dass er morgen wieder arbeiten angesagt ist ja das stimmt wohl das bindet sich sogar an andere gebäude alter das wird auch noch nicht angegeben sein das wird noch ein bisschen dauern also bislang für das was hier drin ist ich kann euch indikatoren geben woran ihr euch orientieren könnt einerseits bei dem was der publisher bislang für preise angeschlagen hat für die anderen spiele und an dessen was sie jetzt an einer hype rauskommen wird durch die durch die demo ungefähr bislang sieht es ganz gut aus jetzt schon eine weile nicht gesehen ja mit dem tool richtige baugebiete definieren oder sind das maximal zwei häuser wenn ihr mal hierhin gehen wartet mal wer mal sagen wir wollen hier an der straße bauen was ein bisschen zu weit weg anscheinend hier geht schon geht das heißt wir gehen mal hierhin es gibt halt keine keine riesen gebiete ist die sache haben wir irgendwo ein riesengebiet wir können richtig baugebiete definieren also hier würden bis zu fünf häuser können wir hier mit nebeneinander packen direkt wenn wir wahrscheinlich hier unten hingehen dann hier oben hin dann hier hinten hin aber bis zu neun häuser hierhin packen also wir können richtig baugebiete definieren also es gibt kein limit ich weiß nur nicht ob ich die baugebiete definieren würde weil das hier unten ein händler wohin des weges fremder haben sie schon eines unserer semmel gegessen a fleisch gehst weg oder hätte ich jetzt lust drauf so was hat leider heute nicht offen und tag der deutschen einheit also ich würde es eher dynamischer bauen muss ich sagen die messe hat es gerade um 500 prozent geschrieben für alle entwickler ja der entwickler ist auch schon jahrelang da dran also der arbeit hier wirklich lange der wagen ist ein wenig leer für den händler vielleicht schon gehandelt mit irgendwem wo sind denn unsere ganzen person zwei stück sind zugewiesen das heißt die anderen sind hier oben gerade am arbeiten nun denn hier oben gehobelten burschen ich grüße euch euer herrsche ist da ja verfallt nicht in freudentränen wie ist der stand hallo könnten sie mich nicht anrempeln hey und stress oder was okay ich mache schon platz alles gut das ist die tür ja gut als herrscher ist man halt ein bisschen größer passt sogar ja also wie gesagt die ex demo version einer early access version und deswegen kann es immer mal zu fehlern kommen bitte seht das nach sie schlagen in die luft guter mann ach so ja gut immerhin sehen sie es ein florian grüß dich ich glaube ich möchte da leben krasses spiel ja ich würde erwarten bis der krieg dann noch dabei ist um zu definieren ob ich da leben möchte oder nicht aber schaut euch das mal an sonntags morgens aufbaustrategie stream bei ranger jeden sonntag um 9 uhr übrigens falls ihr neun hier seid jeden sonntag ihr seid doch jeden sonntag um 9 uhr spielen wir aufbaustrategie spiele hier und dann einfach jeden sonntag morgen erstmal spaziergang durch den wald oh vorsicht hier geht es runter wir dürfen einfach unter und dann gehen wir jeden sonntag morgen durch den wald spazieren walking through the forest simulator simulator ein kleiner bach die karte ist übrigens soweit ich es gesehen habe immer dieselbe also da gibt es momentan nur eine einzige karte aber auch da wie gesagt demo eine early access version und eine sache muss ich sagen ich meine es regnet gerade ja eine sache will ich sagen ich weiß dass wir als community da eigentlich nicht so großen einfluss haben aber wir haben bestimmt noch ein paar neue leute die mit dabei sind bitte seht diese thema auch wirklich als das was sie ist die demo bietet viel aber ich weiß wie personen auf einmal reagieren können sagen das ist ja nicht drin das ist ja nicht drin da fehlt ja noch voll viel wo ist der kampf der mir versprochen wurde das ja alles weg und so nutzt diese demo um euch mit dem spiel vertraut zu machen vielleicht auch um feedback zu sammeln und das dem entwickler dann dementsprechend zukommen zu lassen mit bestimmter form zu geben seht diese demo nicht als fertiges spiel fangt nicht an über unfertige spiele zu zu flames ragen oder ähnliches wie zum beispiel bei gta 6 jetzt der fall war oder im vorfeld bei victoria 3 der fall war seht es als demo seht es als chance euch mit dem spiel vertraut zu machen und nehmt die notierte fehler für euch und gibt es dem entwickler als feedback das ist das wichtige grüß dich bei dem fluss muss aber noch gearbeitet werden sonst ist echt klasse aus ich finde der fluss sieht jetzt schon ganz gut aus aber ja manche sachen müssen noch gepolist werden wo sind die mikrotransaktion hier habe ich noch gar nicht gezeigt hier sieht auch schon ganz gut aus muss man halt ein bisschen verfeinern jetzt an bestimmten stellen drauf ja wie sieht es aus ist die hütte fertig ja aber wir haben noch keinen zugewiesen ich weiß leider nicht bis wann die demo woche geht aber wenn er laut ich habe 50 euro für dieses spiel bezahlt wir können die nur am back fixen sein ich muss einmal kurz hier was machen push it to the limit was gerade das wort victoria 3 in den mund genommen kurze frage nebenher mit was kann man es eher vergleichen ck eu4 oder hat es auf allen vom handling und schwierigkeit her mit keins von beiden weil es ein schwerpunkt auf wirtschaft setzt komplett bis zum zehnten zehnten also eine woche ne bis nächste woche montag vielleicht habt ihr am wochenende noch ein bisschen zeit um rein zu spielen das ist schon richtig realistisch ja ich weiß nicht mit welcher engine das gemacht ist an der richtige release von banner lord ist 25 oktober also ende des monats 25 27 so um diesen dreh jetzt fangen sie an hier die häuser zu bauen sehr sehr cool und zwischendrin sei auch mal freche eigenwerbung gegönnt wenn ihr neu hier seid und strategie spiele mögt dann lasst gerne follow hier normalerweise dienstags donnerstags 18 uhr samstags und sonntags um 9 uhr sind wir live mit allem aus der welt der strategie spiele von a wie aufbau bis set wie zerstörung haben wir alles mit dabei spielen momentan eine anno partie wollen irgendwann auch noch mal in phasis frontier reinschauen haben aber auch einen fokus auf paradox interactive titel mit victoria 3 demnächst oder auch mounted blade 2 werden wir uns anschauen sobald es draußen ist und vor allem haben wir jetzt erstmal wieder ein paar previews vor uns das hat mir jetzt echt eine zeitlang gefehlt im sommer mal wieder schön previews machen und wenn alle spiele in der preview so werden wir jetzt männerlord hier die finger ablecken nach kann ich mir die finger ablecken nach ich bin jetzt mal gespannt wie die häuser aussehen weil da haben wir jetzt kein vorbild gesehen er hat sich nämlich sehen wird ist der pizza mann haben wir dorfbewohner integrieren haben sie bedürfnisse also im moment reden sie dann halt aber nun richtig gutes englisch hört sich ein bisschen an wie bei witcher ich finde sie haben wirtschaft also ist halt ich weiß leider nicht aus welcher region in england das ist manchester ist man vielleicht zwar nicht schon draußen ja aber der aus dem early access kommt raus und dann ist es noch mal interessant für mich weil dann nämlich workshop support noch dazu kommt wird dann würde ich mich gerne intensiver damit beschäftigen so das post ach da müssen wir auch eine person zuweisen wir können die es wir können gebäude upgraden wir gehen auf ad worker wir nehmen wir ja dann sorgt dafür wir brauchen storage meine zustimmung geht nach unten weil die arbeitslos sind aber wir brauchen auch noch wasser wo finden wir denn jetzt wasser hier well 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 how the table turns not enough resources was macht er denn hier wir packen mal zwei hinzu wofür grüß dich und im bläht und bläht müsste es auf deutsch geben also ich habe das beim letzten mal auf deutsch gespielt klo könnte man auch brauchen ich glaube wir sollten erstmal für wasser jetzt sorgen aber frage ist well 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 muss ein brunnen auf wasser vortexes zu bergig plot enables firefighting guten morgen eure lordschaft und weil er ja noch nicht hier platzieren ich freue mich über eine funktionierende excel tabelle hello du grüß dich reittier und klinge reittier und klinge 2 es ist nicht neu es kommt heute in als demo für euch raus am abend gegen 18 19 ungefähr da wird es für euch verfügbar werden und das spiel heißt manner lords ich wollte schon sagen manner lords zwei wo die ganze mount und blade zwei jetzt drehen hatten manner lords und wir haben schon hooded horses ohne tors die paar bestehende old world terra invicta was haben sie denn noch draußen noch ganz zino now 2 werden sie übrigens auch publishen und das ist jetzt das erste mal dass wir das spielen können nachdem es jahrelang in entwicklung ist wann es released wird keine frage keine ahnung also es macht bislang jetzt es macht jetzt schon so einen geilen eindruck so einen guten eindruck dass der release meiner meinung auch gar nicht mehr so lange hin sein kann aber da noch komplette rts schlachten hinzukommen im total war style also wo wir ganze kolonnen bewegen an soldaten müssen wir mal schauen vor allem jetzt muss man mal überlegen wenn wir hier wirklich total war schlachten haben und wir haben dann auf einmal so einen block der 50 soldaten hat noch ein block der 50 soldaten hat und so weiter und so fort wie groß wird denn die stadt hinterher wir haben jetzt fünf wir haben jetzt hier schon alles voll mit häusern und so weiter und so fort ein ruhiges schlag die trommel blass das horn das schwein ist im anmarsch direkt von vorn wir haben hier sogar eine gute position hier könnte man oben bogenschützen positionieren ähm ich frag mich nur warum arbeiten die jetzt hier noch nicht aber rix moin vielleicht gibt es noch ein paar probleme mit der kai das kann natürlich auch sein ich werde mal kurz das hier aha gefecht im mittelalter war meist nicht so groß von der kleine scharmützel äh ich gehe da auf die auf die videos zurück die der entwickler uns gezeigt hat da war also da waren wirklich daran bestimmt da war bestimmt zwischen 80 und 100 leute mit dabei schwein schwein was geht mit diesem entwickler ab die bringen ja ähm man muss sagen publisher also die publishen nur die spiele aber sie haben die haben ein unfassbar gutes gespür für gute spiele meiner meinung nach weil wie gesagt hooded horse old world geniales spiel da müsste man glaube ich nur mal steinwallen fragen dann ähm terra invicta für mich eines der geilsten spiele dieses jahres ich spiele das so unfassbar gerne dieses spiel grand strategy plus x-com sehr geil dann äh xenonaut 2 was irgendwann dann rauskommen wird sehe ich auch ganz weit vorne x-com nur orientiert an den alten x-com teilen also die in den 90er anfang 2000 rausgekommen sind ufo enemy unknown ähm dann wird's farthest nee nicht farthest frontier falling frontier geben falling frontier ist ein spiel das auch eine sehr sehr geile grafik hat also definitiv mit meiner lords aufrechterhalten werden kann aber das wird quasi dieses rts system ins weltall packen und da könnt ihr komplette neue sonnensysteme erkunden und um die planeten rum kämpfen so ein bisschen 4x mäßig dann haben sie äh against the storm das ist ein ein roo-like roo-like warcraft 3 wenn man so möchte ähm dann haben sie hier manna lords was was hatten sie noch was bin ich gerade am überlegen noch irgendein gutes spiel dann noch clan folk genau äh was rimworld adaptiert genau und äh wir haben noch ein paar andere äh alliance of the sacred sun glaube ich ja das ist sowas wie galactic civilization oder äh oder master of orain für den uns das vielleicht mehr sagt watch out for supplies passions are coming to your village this is great but watch out your supplies okay wir brauchen also häuser damit die neu hierhin kommen und das hier ist das hau alter verwalter richtig schön guck mal hier haben die die haben Toiletten hier die haben automatische Toiletten da irrelevant grüß dich dankeschön no water access jetzt brauchen wir ja wir brauchen wasser aber ich mache mir hier gerade sorgen wo gehen die ressourcen hin fehlt das herz in der tür so grüß dich also baut man hier ein dorf aus jain es geht darum das dorf aufzubauen vielleicht sogar bis zur stadt werden zu lassen das dorf zu managen und auch hinterher um macht zu kämpfen also ein wichtiger teil ist wie gesagt das ist tatsächlich so ein wichtiger teil werden die schlachten wie in total war noch zusätzlich hier sein ihr könnt aber auch nur aufbauen also das ist euch überlassen wenn ihr sagt ihr seid ein gemütlicher aufbauspieler beim kaffee schön aufbauen dann ist das spiel auch was für euch wenn ihr sagt ihr braucht zwischendrin action dann ist das spiel auch was für euch das ist die eierlegende wollmichsau für aufbauspieler meiner meinung nach hammer boble guten morgen hi so ist er los dios hi fata deo maler black and white nachfolger sieht auch nicht schlecht aus das ist auch von denen die haben grad so viel am laufen ne das spiel ist mehrschichtig sehr mehrschichtig aber ich verstehe nur grad noch nicht die problematik die wir hier mit haben dir fehlt vielleicht das torhaus das glaube ich das glaube ich nicht so weil die könnten das auch hierhin packen man ja mal kurz gucken die sind am bauen das ist das problem die sind gerade am bauen alle und wir kriegen nicht vom bauen weg das ist ein bisschen doof Argors grübs dich guten Morgen, StrategieGott ach hör mir auf StrategieGott Mach weiter Los, mach weiter. Hol dich mir. Jetzt haben wir ein Holz. Stimmt. Direkt mal Pause machen, damit das nicht geklaut wird. Und dann sehen wir, well, 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 how the table turns. Ich weiß nicht, ob es hier drauf muss. Provides water access to the baggage plots. Es liefert Wasserzugang. Also ich denke mal nicht, dass ich jetzt für jeden hier einen Brunnen bauen muss. Einer sollte ausreichen, aber wenn wir den hier hin bauen, in diesem Knick. Und schön hier, wow. Schön anschrägen. Flop. Come on, people, get to work. That's the spirit. Weiterlaufen lassen. Capital Command. Man kommandiert ein Sci-Fi-Weltraumkriegsschiff. Sieht sehr gut aus. Trüme, Feuern und individuelle Ziele und so weiter. Stimmt, davon habe ich auch noch in der PR-Mitteil was mitbekommen. In der PR-E-Mail mitbekommen, dass es heute auch eine Demo geben wird. Warte, ich kann euch die mal kurz sagen. Ich tappe jetzt mal nicht raus. Ich mache das mal eben auf dem Handy auf. Also welche Demos ihr von Hoded Horse heute Abend noch spielen könnt? Neben Männerlords Werdet ihr Capital Command spielen können? Space Capital Ship Battle Simulation. Dann Against the Storm. Dark Fantasy Rogue-Live City Builder Hybrid. Dann Alliance of the Sacred Suns. Space Grand Strategy RPG Hybrid. Alter. Okay, das hört sich auch in einem Spiel für mich an. Oder? Alliance of the Sacred Sun. Space Grand Strategy. RPG Hybrid. Und für 10.0.2 ist auch eine neue Demo draußen. New Tactical Combat Demo. Also wenn ihr euch 10.0.2 die neue Demo anschauen wollt, die ist wohl auch dann draußen. Die ist aber nicht Teil von dem Festival. Also die könnt ihr wohl jetzt schon runterladen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wir packen hier mal die Priorität nach oben. Auf 9. Wenigstens mal eine Priorität mit bis zu 9. Marketplace 9 in der Food Variety. Ach komm ehrlich. Wir haben nicht genug Food Variety. Alle auf Steam. Ja, alle auf Steam. Ja, Horst, die grüßt dich. Dass du das über eine Wasserader sitzt musst. Äh, haben wir. Haben wir. Wo ist denn jetzt hier dieses... Da. Underground Water. Hier. Das hier ist eine Wasserader, das Blaue am Boden. Ein neuer Stern am Publisher-Himmel. Oh ja. Und wisst ihr, was das Geile ist? Der PR-Manager von, äh, von, von, ähm. Von Hooded Wars ist nämlich auch selber Influencer. Also Influencer. Ich hasse das Wort. Content Creator. Content Creator. Ähm. Havoc heißt der. Macht auch Strategiespiele. Äh, viel Paradox und sowas alles. Und er ist jetzt der PR-Manager dafür geworden. Und man merkt halt schon... Man merkt halt schon daran, dass der Publisher... Der hat schon Händchen für sowas. Also auch in der Kommunikation und so, was man halt als der Content Creator selber merkt. Ich finde den gut. Ich sehe die als wirkliche, als zukünftige Macht, die man im Auge behalten sollte, wenn man Strategie-Fan ist. Also Hooded Horse kann da einiges reißen für uns. An coolen Spielen. Ich meine... Ich schaue euch das mal an. Sie haben es nicht entwickelt. Sie haben es, äh, sich geholt. Aber wenn... Wenn die ein Auge für so ein Spiel haben... Für so ein Spiel... Dann... Guckt euch mal das Fleisch an. Da kriege ich ja... Ich kriege ja direkt Hunger, wenn ich das sehe. Den aktuellen Gebäudeumfang zeigen. Also, im Moment haben wir... Kann man seinen Spielstein in der Demo speichern? Nein, leider nicht. Das ist leider nicht in der Demo etabliert. Haben sie leider nicht hinbekommen. Das heißt, man muss das in einem durchspielen. Das ist ein bisschen doof. Beckerbub, wunderschönen guten Morgen. Also, wir haben einmal Gathering. Also, alles, was rundum sammeln ist. Walldorf und Schadlatz. Helvus. Einmal unser Holzfällerlager. Wir haben hier nochmal eine Weiterverarbeitung vom Holzfällerlager. Wir haben auch einen Förster, der das wieder aufforstet. Wir haben eine Jägerhütte. Und wir haben eine Sammlerhütte. Dann haben wir Mining. Schauen wir das mal heute an. Die Einzigen, die sich momentan sonst noch ernsthaft um das Strategiegenre kümmern, sind THQ Nordic mit ihrer C&C-Neuauflage. Ja, und auch Jacked Alliance 3 kommt ja auch von THQ Nordic. Und Freitag kommt Superpolitics 3 raus. Das kommt auch von THQ Nordic. Das werden wir uns wahrscheinlich anschauen. Also, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen früher reinschauen können. Aber ja, das werden wir uns wahrscheinlich auch anschauen. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein Mining Pit mit dabei. Wo wir uns Eisen herholen können. Ich weiß, ein bisschen aussieht wie Kupfer. Aber wie gesagt, Early Access. Demo von Early Access. Wir haben unseren Kornspeicher. Wir haben unser Lagerhaus hierbei. Wir haben nochmal einen Hitching Post, wo wir nochmal Ochsen dran machen können. Die uns bei der Logistik helfen. Beim Transport helfen. Can help with moving harvest crops to the garnery quicker. Okay, wir können damit auch noch schneller transportieren. Dann haben wir unsere Häuser. Dann haben wir unseren Brunnen. Dann haben wir einen Marktplatz. Market stalls within the area. And thus provide the citizens access to local goods. Dann haben wir unseren Food stall. Firewood stall. Äh, clothing stall. Wir haben eine Taverne. Und wir haben eine Kirche, die wir hier noch mit reinpacken können. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier vielleicht. Ich weiß, easy access to food. Vielleicht machen wir einen Food stall direkt am Anfang. Ich glaube, wir müssen das auch machen, weil wir... Die Nahrung geht ja gar nicht weggefühlt. Müssen wir mal schauen. Wir haben Farming. Da haben wir ein Feld drin, das wir anlegen können. Wir haben eine Farm. Wir haben Zäune. Wir haben eine Schaffarm. Wir haben eine Windmühle. Und wir haben einen Ofen, wo Brot drin gebacken wird. Dann haben wir eine Bloomerie. Wo wir, ähm, Eisen weiterverarbeiten. Wir haben einen Schmieden. Wir haben eine Melzerei. Eine Melzerei. Wir haben einen Brauerei. Wir haben eine, ähm, eine Gärberei. Wir haben einmal ein, äh, einen Weber. Dann haben wir einen Trading Post. Handelsposten. Dann haben wir... Oh. Live-Stock Trading Post. Okay, hier können wir... Allows importing and exploding of... Was ist das? Live... Also hier unsere, unsere lebenden... Ach, das ist das Symbol davon einfach. Von unserem lebenden, ähm... Von unseren lebenden Tieren für Silber. Das heißt, hier können wir uns dann weitere Nutztiere holen. Oder, äh, äh, oder verkaufen. Und dann haben wir noch... Ich weiß nicht, ob die hier einfach verschlossen sind, weil wir die noch nicht freigeschaltet haben. Oder wovon das abhängt. Ist auf jeden Fall Administration and Military. Minimum Settlement Level Medium. Bailey Wall. Hier können wir Mauern mitbauen. Wir könnten uns ein Männerhaus bauen. Das kostet nur 10 Holz. Ist vielleicht ein bisschen reduziert worden. Oh. Wir haben einmal ein Torhaus. Wir haben einen Steuersammler. Und wir haben einen Garnisonsturm. Kurz verklickt. Chat nur für Abonnenten. Aktiviert. Chat nur für Abonnenten. Deaktiviert. Okay. Das ist gut. Es gibt eine Taverne. Genau. Hier. Taverne. Ach, guck mal. Sobald wir eine Kneipe gebaut haben, geht unsere öffentliche Ordnung nach unten. Schaut am Wochenende auf die Feiermeilen. So. Wir haben Wasser. Jetzt ist die Frage. Es ist so viel, was man hier bauen kann. Mining Pit. Logging Camp. Woodcutter. Vielleicht ein Woodcutter noch. Wir sollten uns mal ein Storage bauen. Wir sollten uns hier mal dran halten. Storehouse. Ich würde sagen, wir bauen das Storehouse auch hier hin. Es sah ja so aus. Come on, people. Get to work. Come on, people. Get to work. Er seufzt sich auch. Die sind alle halbfertig gebaut. Das heißt, wir sollten die auf jeden Fall priorisieren. Also wir machen hier einmal 4. 3. 2. 1. Das heißt, das wird gebaut, das wird gebaut, das wird gebaut, das wird gebaut. Sonst wird hier alles gleichzeitig verteilt. Ist ja auch blut. Blut. Das ist blut. Aber dass wir jemanden zum Kornspeicher zuweisen müssen, der das Essen die ganze Zeit hin und her trägt. Bist du das? Was sagst du dazu? Wass du nichts zu sagen? Nö. Der will nicht mit uns reden. Rede mit deinem Herrscher. An den Pranger mit ihm. Der hat halt nichts zu sagen. Der ist halt kein Lord. Stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Da sollten wir uns nicht mit so einem Peasant unterhalten. Wie realistisch auch die Hütten aussehen. Ach guck mal, hier kann man dann oben drin schlafen. Schau mal kurz auf Discord, bitte. Ja, mal kurz raus tappen. Wo denn? Ja, mach. Ist in Ordnung. Mach das ruhig. So. Mal weiter. Als Lord in der FP kannst du aber nicht mit anpacken, oder? Das ging ja damals. Nee. Als Lord anpacken. Oho. Dann gibt es bestimmt noch den Pisspagen. Uxerres, grüß dich. Was für ein überaus intelligenter Mensch. Wir sitzen da vor der Kamera. Das ist der Sturmtruppler. Ja, also, ne? Ich sag ja, weil die Brille hat mir plus 10 auf Intelligenz gegeben. Direkt einen kritischen Misserfolg gewürfelt. Wir bauen jetzt uns erstmal unser Storehouse. Das ist das Wichtige. Da wollen wir uns jetzt mit auseinandersetzen. Wir waren einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Und dann haben wir schon mal diese erste Establishing-Foothold gemacht. Das müssen wir sowieso. Das ist auf Zeit übrigens, ne? 300 Tage. Bittlinger, vielen Dank für zwei verschenkte Zabs. Dank dir vielmals. Mein Lieber. Dankeschön. Dankeschön. Baut! Ihr Barbaren! Los! Ich will, dass ihr arbeitet für mich. Wofür bin ich euer Herrscher? Ist das alles? Das bisschen hätte ich innerhalb von einer Minute aufgebaut. Sie halten den Hammer nicht richtig. Genau, gehen Sie lieber. Können Sie bitte aufhören, den Boden zu hauen? Der gehört mir. Dankeschön. Was machen Sie da? Dienstaufsicht. Entschuldigung? Ist das auch wirklich mit dem Arbeitsschutz? Ja, Gott sei Dank haben Sie aufgehört. Dann haben Sie noch mal Glück gehabt. Haben Sie noch mal Glück gehabt. Mann, 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 Mann. Okay. Storehouse kriegen wir hin. Das ist sehr schön. Storage Limit Reached. Das heißt, wir müssen das... Hm. Wir müssen das rüberbringen. Man kann da rumlaufen. Ja. Keiner geht auf die Knie. Hier oben gibt es nämlich so ein Visit Mode. Third Person Sicht. Da kann man sich das dann alles anschauen. Und dann auch noch in seiner Kluft. Und wisst ihr, was noch besser ist, wenn man hinterher in seiner Manner, die man hier hier bauen kann, in der hier, seh? Hier im Mannerhaus. Wenn man sich dann noch da Klamotten aussuchen kann. Einfach so ein bisschen Individualisierung. Ist so ein bisschen Spielerei. Aber ich finde diese Spielerei irgendwie cool. Was kann man alles mit dem Mord machen? Im Moment nur rumlaufen. Also hier steht auch drüber, very work in progress. Das ist also ein ganz frühes Stadium noch. So. Storage Limit Reached. Da müssen wir noch mal schauen. Die lagern es hier auf jeden Fall ein. Crest Completed. Settlement Intro. A new message. Your supplies are dry and secure, and the first stage of work is done. The stories you people tell around the fire are of the many dangers in the world. From beasts to blights. Strange tales about foxes who go on pilgrimage, or small creatures who spin gold from sunset to sunrise. They tell these stories to put common names off to their fears. Soon they'll teach these stories to their own children. It's time to bring wives and children to the settlement. Now that they can take shelter in proper homes. For your lands to prosper and grow, you'll need only your workers. Or only workers of families. Wenn wir das gemacht haben. Sehr schön. Wir sollen jetzt anfangen, die Familie zu uns zu bringen. Also das ist quasi so ein bisschen Crest-mäßig, ne? Hey du Scherge, nicht mit sie. Achso. Männerhaus. Das klingt ja genau. Bekommst du Geld durch Steuern? Ja. Ja. Also hinterher. Wir müssen jetzt aber erstmal ein paar Häuser bauen. Und dann, also wir haben jetzt quasi nur die Männer bei uns hier, weil die arbeiten jetzt gerade. Und jetzt kommen dafür die Familien noch hinzu. Also ihr seht, wenn wir hier drüber gehen, bei der Total Population, seht ihr einmal, wie viele männliche und wie viele weibliche Bewohner und Bewohnerinnen wir hier haben. Und für jedes Haus kommt dann nochmal eine Dame hinzu. Und dann wahrscheinlich auch hinterher Kinder. Weil die dann hier drin wohnen können. Ist halt die damalige Zeit so gewesen. Hier sehen wir übrigens auch die Bedürfnisse. Also wir können es einerseits upgraden. Wir sehen aber auch die Requirements. Required for next residential level upgrade. Required for next residential level upgrade. Will cause a loss of approval if not fulfilled. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Holz. Also Brennholz. Wir brauchen Essen. Und der Rest ist Bonus. Also alles was rot ist mit einem gelben Punkt muss erfüllt sein. Alles was grau ist, haben wir noch nicht erfüllt. Und diese Punkte müssen wir erfüllen für die nächsten Upgrades. Ah, okay. Also das ist zwangsläufig. Das ist zusätzlich und dadurch können wir es upgraden. Okay, verstanden. Die Demos sind leider erst ab heute Abend verfügbar. Wie sieht es mit dem Schwierigkeitsgrad aus? Bislang geht es. Aber es ist halt auch noch nicht gebalanced. Und das kommt bis zum Schluss. Verkauf Games planet das auch. Vielleicht kann ja mal Sonntags Watcher schauen. Oder Hell ist glaube ich auch da. Vielleicht kann ja einer von den Mods mal gucken. Ich könnte es mir gut vorstellen, weil sie von dem Entwickler, äh von dem Publisher bislang immer Spiele mit dem Angebot hatten. Also Terra-Entwickler gibt es ja auch bei Games planet. So. Wir haben das Storage House gebaut. Jetzt werden die Stämme darin sortiert. Generic. Weiß ich leider nicht, was die damit meinen. Also was soll dieses Generic sein? Soll das irgendwas anderes Generisches sein, was da reingepackt wurde? Jetzt müssen sie hier noch weiter arbeiten. Aber. Wir haben vier Unassigned. Essen brauchen wir gerade nicht. Muss ich beim Brunnen jemanden hinzupacken? Nee. Okay. Das wäre jetzt auch noch der Hammer gewesen. Kann auch sein, dass das erst hinterher zugefügt wird, wenn genaueres zum Release bekannt ist. Weil es vielleicht jetzt noch zu früh ist. Oh, das ist aber dunkel da drin. Können wir das eigentlich auch? Homeless Tens. Verschwinden die auch irgendwann? Oder, äh, wahrscheinlich, wenn wir alles aufgebaut haben, ne? Können wir nicht mehr gut Sinn machen. Wend mal. Fällt gerade mal auf, dass ich dieses Haus komplett außen vor gelassen habe. Deswegen packen wir hier mal eine vier drauf. Oh, fire above. Ernst, der grüßt dich. Kannst du als Leute in den Brunnen springen? Ja. Mit einer Arschbombe. So, was haben wir denn noch, was wir uns als nächstes so anschauen könnten? So, wir müssen wahrscheinlich... Obwohl, ein Förster... Naja, ein Förster brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Ne? Das ist übrigens... Das ist übrigens der... Der Erste auf Englisch. Also, Erster ist Förster. Hä? Ihr war schnell beim Rennen sein. Dann seid ihr auch Förster. Hahaha. Ja, gerade neun. So. Nachdem wir dann alle auch wieder, äh, mitbekommen haben. Flach wird's alle haben. Du, du, du. Äh, wir könnten jetzt mal schauen. Foodstore. Das ist bestimmt eine Erweiterung, die wir zum Market Area bauen, oder? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Der Bremer grüßt dich. Die Frage bleibt... Wo werden wir uns denn weiter ausbauen? Also, werden wir entlang der Hauptstraße weiter ausbauen? Dann müssten wir die Häuser hier drüben hinbringen. Wir sollten sowieso noch mal kurz schauen. Was wir vielleicht... So einen kurzen Ansatz mal bauen. Wo wir die Straße hinhaben wollen. Schon sieben Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Frauen hier drin auch arbeiten. Ich sag's mal im Vorfeld, ich will jetzt keinen dummen Flachwitzhumor dazuhören. Nicht dazu. Ich will es nur anmerken. Aber ich weiß nicht, ob die... Ich weiß nicht, ob die jetzt auch hier als Tätigkeiten nachgehen können. Weil eigentlich könnten sie das machen. Zum Beispiel im Handel oder ähnliches. Haben sie das real gemacht? Ja, das Spiel ist einfach schön. Das stimmt. Ich werde mal eine Market Area bauen. Kann man die auch kleiner bauen? Oder muss der so groß? Okay, der kann richtig klein gebaut werden. Ich brauche nicht mal hier hin. So, jetzt haben wir... Mensch... Ach so. Dann hier. Ah! Okay. So, dann haben wir hier Firewood. Und dann einmal Clothing. Hier kann man eine richtige Shoppingmeile hinbauen. Cool. Kann man aktuell überhaupt verlieren? Ja, klar. Klar. Wenn die nicht mehr zu dir zählen. Ich habe jetzt aber auch doppelte Ressourcen eingestellt, ne? Also, du kannst auch normale Ressourcen einstellen. Oder du kannst auch gar keine Ressourcen einstellen. Outlet Center Reichenfurt. Das wird ein Baseballplatz mit Tribüne. Ey, jetzt wird einfach Dreckspuren in den Boden getreten. So eine Frechheit! So, die haben wir fertig. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal hier wieder nach oben. Zwei, drei. Der Rest wird danach. Ach, guck mal. Da ist doch die erste Dame. Sie holt Wasser. Das ist super. Okay. Weil, natürlich, es ist ja logisch. Weil bei Männerlors ist ja klar, dass das dann auch so gemacht wird. Weil es gab Aufbauspiele. Da haben dann einfach die Frauen nicht als Arbeitskräfte gezählt. Das finde ich unfassbar blöd. Das ist wieder ein Händler. Das ist auch so ein richtig schönes, entspanntes Spiel. Da kann man sich gut nach hinten lehnen, vom Stuhl fallen, wieder aufstehen. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Ich finde das so cool. Was ist denn jetzt hier? Achso. Einfach in den Stock reingesteckt. Na gut. Dann brauchen wir diese beiden Gebäude noch fertig. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Dann... Das ist so ein bisschen wie ein Tutorial. Also da werdet ihr lang geführt werden. Wenn die hier hin lang geht. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Personen hier. Sieben. Jetzt ist die Unterscheidung. Gibt es auch Kinder hier drin? Jetzt haben wir sieben Männer. Drei Frauen. Sind dann da Kinder mit bei? Oder sind das dann zehn Arbeitskräfte? Weil es steht... Unassigned Families. Vier Stück. Ich glaube nicht jeder... Ja, ich glaube wir können das nicht jeden dazu weisen. Die Straße zwischen den Wohngebäuden ist ausgetreten und breiter geworden. Jo, stimmt. Wie geil. Wie cool ist das denn? That's a good one. Stimmt. Überall, wo mehr Verkehr lang ist, werden die Straßen breiter. Hier oben zum Beispiel ist es deswegen noch gar nicht. Aber hier können wir jetzt mal jemanden zuweisen. Eine Person. Die mitten im Wald... Die mitten im Wald arbeiten geht. Schaut mal. Ey, wenn man hier drüber schauen kann. Boah. Da soll mal einer sagen, das ist nicht cool. Ey, da könnte ich mich einfach nur hier in dem Spiel... Einfach nur in dem Spiel könnte ich mich hier hinsetzen und gucken. Sieht ein wenig aus wie ein Benchmark-Video. Ja. Und es ist einfach das reale Spiel. Ey, ich hätte es nicht gedacht. Und es läuft flüssig. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe nebenbei noch einen Stream am Laufen. Das heißt, der Renner hat mit voller Lutsche und auch gleichzeitig das Gameplay 1 zu 1 um. Auf dem selben Rechner bei mir diesmal. Und das Spiel läuft flüssig mit 60 FPS. Nochmal weiter. Ey, Pizzerik 9. Das schafft kein Ubisoft-Spiel. Ne. Das schafft kein Ubisoft-Spiel. Aber ja, ich finde die Idee gut. Hier könnte man hinterher wirklich sein, äh, sein, ähm, Manor-Haus hinstellen. Manor. Manor-Haus. Stimmt. Und bei mir, äh, also ihr müsst euch vorstellen, ihr findet das jetzt geil. Bei mir sieht das nochmal, noch eine Stufe besser aus. Weil es gibt immer Qualitätsverlust, wenn ich, äh, wenn, äh, Sachen über den Stream nach draußen geschickt werden. Das heißt, wenn ihr euren, wenn ihr die Demo heute anwerft, sieht das Spiel bei euch noch besser aus. Also, es kann sein, dass es im Stream ein bisschen untergeht, aber ich kann jedes einzelne Blatt hier sehen. Ich kann hier das Blatt sehen, hier das Blatt sehen, hier. Also das, das ist, äh, Manor-Lords ist das. Das Spiel kommt heute in der Demo raus. Und ist dann für alle Personen spielbar. Die brauchen auch lange zum Bauen, ne? Bei dem Spiel wäre ich sogar nicht mal böse, wenn er das Spiel nur als Wirtschaftssimulation rausbringen würde. Das Kampfsystem nachreicht. Ich glaube, das wird der Entwickler nicht machen. Ich glaube, der Entwickler, deswegen kam ja so lange auch kein richtiges Gameplay oder auch keine Ankündigung, wenn es rauskommt. Ich glaube nämlich, dass der Entwickler schon relativ perfektionistisch veranlagt ist da drin. Dass er nicht denselben Fehler machen möchte, wie vielleicht manch andere Entwickler machen. Mit zu früh rausbringen. Bist du dann in der Realität auch noch schärfer als... Ne, ich bin noch verpixelt in der Realität. Und dann kann man jedes Mal, wenn man sein Dorf weiter ausbaut, wieder hier in Third Person durchlaufen. Da ist man quasi der laufende Posten. Guten Morgen. Flachwitzetag heute? Daily. Schmerzen, wenn man auf dem Boden läuft. Ja. Dann geht man hier durch. Alles perfekt angepasst an die Straßen. Die Schuhe sind ja mega mit den Spitzen da vorne, ne? Hol dich den König! Und hier hinten endet mein Herrschaftsgebiet. Der Schatten ist auch gut, ne? Sieht aus wie ein Witcher, das Dorf. Absolut. So muss ich anführen, wenn man heute einen Spitzpolitiker durch Berlin läuft. Aber bitte plus diesen Schuhen, ja? Plus diese spitze Schuhe. Kannst du in die Häuser rein? Ne, da können wir leider nicht rein. Das ist vielleicht auch ein bisschen crazy. Lasst mich rein, ich bin euer König. Also, man könnte es bestimmt rechtfertigen hier drin, aber, ne, können wir nicht rein. Die Türen sind auch ein bisschen klein. Also, da ist ein bisschen die Proportion rausgegangen, aber, naja. Sieht aus wie in Kingdom Come Deliverance. Aus nur noch detaillierter. Noch detaillierter als da drin? Ich bin, wie gesagt, ich bin davon erstaunt, wie detailreich ein Strategiespiel aussehen kann. Aber die Frage wird sein, so, jetzt kommt hier mal, jetzt kommt hier mal Critical Ranger. Guck mal, wie detailreich und genau das alles ist. Wie ist die Performance, wenn wir dann hinterher 100 Bewohner haben? 200 Bewohner haben? 300? Wenn wir die Karte hier immer mehr vollbauen? Oder wenn viele andere noch zusätzlich hier bauen? Guck mal, wie es bei Farthest Frontier ist, sobald man 400 hat. Ich weiß es nicht, ich will nur, ich will es nur anmerken. Dass man da vielleicht, dass man da noch einen Blick drauf werfen muss, wie es dann aussieht. Die Türen waren damals sehr klein, damit weniger Werde verloren geht. Achso. Dafür gibt es hier Kriege. Genau, viele Gebäude fressen FPS. Natürlich einerseits viele Gebäude, aber... Aber auch... Ähm... Wir können ja nochmal gucken. Guck mal, wie detailreich die Leute aussehen. Für das Strategiespiel. Guck mal. Guckt euch mal die Gesichter an. In einem Strategiespiel. Die sehen aus, als wäre das ein RPG. Und jeder einzelne Bewohner hat so ein detailreiches Gesicht. Ab heute Abend, genau. Ich weiß nicht, 18 oder 19 Uhr, sobald dieses Steam Festival beginnt. So, Storage Limit reached. Der bringt das rüber. Der bringt das rüber. Klar, gerne. Hilfsa, moin. Selma level increased. Was ist hier? Ist hier Richard? Ah! Die Richard Crest Melodie, wenn man die erfüllt hat. A new message. Comforts inconvenience. As you walk the perimeter, serving your village with pride. Woman walks past you. She bent nearly double under her sack. You ask her, how long she's been walking. And she tells you, it takes her half a day, now to get all the food she needs for her family, from the hunters and farmers that surround the village. If only there was a marketplace, where you people could acquire food, clothing and food, they would be happier and have more time for other work. Burgage plot level 2. Drei Stück. Also wir brauchen drei level 2 Häuser. Food stall, firewood stall, clothing stall. Kling mal hin. Ich glaube nicht, dass es einen Multiplayer drin geben wird. Stimmt, das Gesicht des Bewohners oben rechts ist sehr detailliert und sogar animiert. Ey du! Klingelstreiche. Aber man muss die wirklich priorisieren, weil sonst wird zu allen gleichermaßen was hingebracht. Was ist denn eigentlich mit Woodcutter? Guck mal, die Homeless-Zelte sind jetzt verschwunden. Moment mal. Ich werde das mal abreißen. Ich hoffe, das hat jetzt das Spiel nicht kaputt gemacht. Reißen das auch mal ein. So. Nee, ging. Wir bauen das hier hin. Also in die Mitte von unserem Dorf. Wo haben wir es? Village Life. So. Das ist jetzt hier der Marktbereich. Das heißt, wir packen hier Food rein. Let's go, people! Let's go, people! Und Klamotten. Klamotten. Yes, 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 yes. Und weiter. Jess, grüß dich. Hi. 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 Grüß dich. Über die Marktfläche Wege bauen. Das geht leider nicht mehr. Aber ich denke mal, hier wird man hinterher wahrscheinlich viel mehr Sachen noch hinbauen können. PS5 weiß Honig kaufen. Herzigen Glückwunsch dazu. So, der kriegt die vier. Er kriegt die drei. Ich krieg die zwei. Guck mal, im Hintergrund ist der Baum gefallen. Am Boden werden die zu hauen. Okay, ich frage mal, ich frage mal nicht, ob euch das Spiel gefällt. Ich frage mal jetzt, nachdem wir auch schon fast zwei Stunden im Spiel sind. Wie hoch ist euer Hype Level? Wie hoch ist euer Hype Level? So von 1 bis... Und bis hin zu 10. Ich will es jetzt haben. Direkt. Für 100 Euro. Wo befindet sich euer Hype Level da jetzt ungefähr so? 17. Schon relativ hoch bei vielen, ne? Es gibt auch Personen, die sagen 2. 10 ist das höchste, genau. Sonntagsbotscheine 3? Warum das denn? Das nicht speichern können, drückt den Hype etwas. Ja gut, das kommt halt in der fertigen Version hinterher, ne? Das ist jetzt, wie gesagt, Demo zur Early Access Version. Hast du schon ein Partnerlink? Ne, ne, das Spiel ist noch... Das kann man doch nicht kaufen. Das ist noch weit weg bis zum Release, glaube ich. Aber was heißt weit weg? Das dauert noch ein bisschen bis Release. Allein die Texturen sind der Hammer. Und das von einem einzelnen Programmierer. Das muss man sich immer vor Augen führen. Da hat eine Person sich hingesetzt und dachte sich... Yo, that is heute... That's the way to go. Äh... Heute gehen wir in diesen Bereich rein. Heute legen wir richtig los. Hat irgendwann die Idee gehabt, hey cool, es gibt irgendwie kein Mittelalter-Spiel mit Aufbau und Kampf. Ich werde mich jetzt mal hinsetzen und programmieren. Ich habe kein ausgeprägtes Hype-Feeling mehr. Ich glaube, wir müssen Zugucker mal alle in den Arm nehmen. Grafik 8, spielerisch noch ein großes Fragezeichen. Oh, was heißt so ein spielerisch noch ein großes Fragezeichen? Gut, kann ich verstehen. Ja, es ist ja wichtig, erstmal ein bisschen critscher zu sein. Gerade bei frühen Titeln. Aber, ähm... Es ist halt ein Aufbauspiel, ne? Also, mir macht Spaß bislang. So, vom Aufbauen her. Vor allem, und das ist ja das, was heute mal immer mal wieder seltener kommt. Es entschleunigt. Man nimmt sich Zeit, man guckt zu. Klar, es gibt hier auch 4-fach vorwärts oder 16-fach vorwärts, wenn man möchte. Dann geht es natürlich schneller. Aber, es ist schön, entschleunigend, langsam. Man kann zuschauen, wie das Dorf ein wenig wächst. Und wir haben schon sehr viele Sachen, die wir bauen können, tatsächlich. Für mich wird wichtig sein, also, was für mich noch wichtig ist, wenn man das Spiel später größer machen möchte, es muss meiner Meinung nach, es muss meiner Meinung nach ein Produktionsketten noch einigermaßen dazukommen. Ja, es gibt Produktionsketten, haben wir ja gerade gesehen. Aber, das sollte es auf jeden Fall geben. Auch für Optimierungsmögende. Weißt du, wie lange der schon darauf rumdenkt? Ein paar Jahre auf jeden Fall. Ein paar Jahre, ich weiß es aber nicht genau aus dem Kopf. Ist das Unity, die Engine? Ich weiß nicht, welche Engine er benutzt. Produzieren die Wohnheiser eigentlich selber etwas für die Substanz? Wäre ein echt immenses Feature. Ich habe gehört, dass die, dass die anbauen können oder anbauen können sollen, dass das geplant war mal. Ist das immer noch geplant? Soll das immer noch sein? Oder weiß da einer was genaueres? Also, es sollte mal ange... War das jemand im Spiel? Ich glaube schon. Es sollte mal angedacht sein, dass sie hier zum Beispiel einen kleinen Acker bestellen und dann Sachen anpflanzen. Jetzt stellen wir mal, bevor das Spiel wäre, wie Terra Invicta in Echtzeit. Spiel, ne komplex ist es noch nicht. Was zeichnet das Spiel aus? Also, immer der unfassbar tiefe Detailgrad. Also, hier wird wirklich auf ganz viele Details geachtet. Je nachdem, wie viele Wege gelaufen werden, verändern sich die Wege. Also, wie gesagt, der Detailgrad von der Grafik an sich schon mal ganz explizit. Dann natürlich diese dynamische Stadtwachstum, dass man eine Straße einfach dynamisch reinbauen kann, wie man selber möchte, ohne Grids. Und dann das Haus an die Straße anpassen kann. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass Ochsen benutzt werden, um Transport hin und her zu gewährleisten, um das zu beschleunigen. Dass die dann auch wirklich da hingehen und diese mitnehmen. Dass die Dorfbewohner sich halt lebendig anfühlen, so wie es sein soll. Und vor allem hinterher dann auch der RTS-Kampf. Der wird es natürlich auch noch auszeichnen. Und jetzt müssen wir auch noch ein bisschen weiter reinschauen. Du kannst die Häuser dann aufwerten, bis du Stadthäuser so anbaut. Einen Hühnerstall soll es auch geben. Ja, guck mal. Also, wenn es hier noch Hühnerstelle, dann ist das auch auf jeden Fall nochmal was Besonderes. Auch diese Liebe zum Detail, dass hier wirklich ein Klohäuschen mit bei ist und so. Gut, da ist hier natürlich ein bisschen doof, wenn du dann in der Nähe vom Brunnen bist. Kannst du das später auch automatisieren. Was genau meinst du mit automatisieren? Project is created in Unreal Engine 4, which utilized many Intel Technologies and Optimization on the hood. Generiert das? Oh, das ist eine interessante Frage. Ne. Ich glaube, das ist einfach nur ein grafisches Feature momentan. So, jetzt brauchen wir Level 2 Häuser. Können wir die upgraden? Können wir die upgraden? Übrigens, vielen Dank für dein Primes Hub diesen Monat. Dankeschön. 14 Monate mittlerweile. Bist du länderisch. Dank dir. Dankeschön. Grants a development point provides better fighting equipment if levy it. Also, wenn wir sie ausrufen, ne? Felix Einstein, grüß dich. Wir brauchen mehr unterschiedliche Nahrung. Number of clothing types. Ja, wir haben ja natürlich auch noch keine Klamotten, ne? Brauchen die Marktstände Personal? Oh. Die brauchen wirklich Personal. Logischerweise. Aber haben wir so viele Personen überhaupt? Assigned families. Unassigned. Was machen denn die, die unassigned sind? Hunting? Waiting? Woodcutter? Woodcutter? Ach, da arbeiten Familien! Jo, wir sind jetzt alle die Holzfäller. Okay, wir weisen eine Familie hier hinzu. Krass. Okay. Ja, fünf Familien. Jede Familie besteht aus drei Mitgliedern. Seller. Seller. Untransporting. Okay. aber dann fände ich es besser wenn eine Familie alle Marktstände hier sich um alle Marktstände kümmern würde also dass man dem Marktplatz dann jemandem zuweist was sonst Opi war noch an dich, vielen Dank für deinen Prime Star Dankeschön, zwei Monate mittlerweile danke war früher so, ja ich weiß auch, dass die Familien dann immer ein Unternehmen hatten, aber Unternehmen hatten, die dann immer in einem festen Arbeitsplatz meistens gearbeitet haben, aber dass es hier so abgebildet wird nicht alle verteilen wir müssen, ja ich weiß aber wir müssen ja irgendwie mal schauen wie das funktioniert die Webung, moin da sind keine Personen bei das ist noch ein bisschen kompliziert also wir haben fünf Familien jede Familie besteht im Durchschnitt aus drei Personen York das würde halt Sinn ergeben wenn die vielleicht sich um alle kümmern könnten so ist es natürlich doof für uns muss man sagen wir bauen mal mehr Häuser also wir holen uns nochmal hier den Zeller raus bam 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 die werden jetzt für uns ein bisschen bauen das heißt wir holen uns nochmal ein Haus und bauen das Haus und bauen das Haus dann hier hin so und wir bauen uns auch nochmal ein Haus boah, können wir da nicht zwei draus machen was haben wir hier lang gehen na guck mal da gehen zwei wir gehen sogar drei okay ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen hier so auszutesten na komm machen wir hier drei Stück hin bam jedes Haus sollte jetzt eine neue Familie anloggen wenn ich das richtig verstehe aber Ari, cheers ich hoffe dir geht's gut ja, machen Stoff die anderen Familie Leder und so weiter das sollte eigentlich in den Produktionsdingern hergestellt werden gerade gesehen in der Liste für die Familie kannst du den Namen der Person ändern bei Livestocks in des Ochsen echt schauen wir nochmal kurz nach yo wie nennen wir denn unsere Alfred ist ganz keller Alfred so Leute dann wisst ihr wofür es Zeit ist es wird Zeit euch hier ein Spiel reinzubringen wer will denn mit dabei sein DS wer ist ein DS Alpha Noob haben wir so nee nee der hält sich nicht den Ochsenwriting Bull also ich verstehe im Prinzip dahinter oder dass ich irgendwie die anderen als würde ich mich nicht leidigen wollen nee dann haben wir Farg dann haben wir Jess dann haben wir Anrock dann haben wir Blumien Puss dann haben wir Shesoma Shesoma dann haben wir dabei noch ähm ich spüre mal den Namen ab Pirolyt Pirolyth haben wir Han Solo wir haben Big Ben dann haben wir dann haben wir noch Radis okay jetzt kann ich Arzt mit Soap ja Ärzte haben wir noch nicht aber du bist trotzdem mit dabei so zwei Personen können wir noch verteilen äh ich glaube ich habe jetzt alle durch die Punkte vergeben haben das heißt ich kann jetzt nochmal Personen mit reinnehmen die keine Punkte haben vielleicht noch nicht genug Punkte haben dann haben wir Alice Büchse Huhu und Crow so jetzt haben wir euch alle mit hier ins Spiel reingepackt ihr seid alle mit dabei coole Sache oder coole Sache ich habe unter mysteriösen Umständen ich haus im Wald da fehlt einleuchtig die Twitch-Integration ja die Frage ist ob da was kommen wird obwohl so eine Mod wäre halt cool Switch-Integration automatischen Namen aus dem Chat übernehmen guck mal der ist aber fleißig am holzen ey fleißig am abholzen können wir auch unsere Stadt umbenennen ey das ist ja super Ranger 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 Zerilis Zerilis keine Vorwarnung ich bin faul ach das bin ich als Herrscher auch ein Traum wird wahr wir sind hier voll und ganz dabei we are living the dream we are living the American dream when the dream come true aber guck doch nicht so sauer an Rock nur weil du hier ein paar Bären pflückst das ist aber schwierig ne jetzt jetzt wirklich schwer das ist ein Classic Moin Hi wie lange dauert die Wiederaufforstung das wissen wir noch nicht weil wir noch keinen Förster gebaut haben äh wann der Förster dafür müssen wir erst einen Förster bauen aber wir haben leider gerade kein Geld dafür kein Money in the Bank bin übermotiviert und untalentiert that's the way to go wir können hier einen hin bauen so den dann damit verbinden aber wir erhöhen erstmal hier also das hier wird auf 9 gesetzt dann auf 8 7 die verteilen jetzt hier schon wieder alles drauf 6 der bleibt hier aber auf 3 oh und jetzt an der Stelle nochmal fiese Eigenwerbung falls ihr neu hier seid und Strategiespiele mögt lasst gerne ein Follow hier dienstags, donnerstags um 18 Uhr samstags, sonntags um 9 Uhr sind wir immer live mit allem aus der Welt der Strategiespiele von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung ja also wir haben Anno am Laufen Phasis Frontier gespielt äh Männerlords wird einen Punkt einnehmen aber auch Fokus auf Paradox wie Victoria 3 und ähnliches das wird auch mit da reinkommen und ähm einige Previews könnten wieder in Zukunft anstehen endlich mal wieder wird auch Zeit wird auch Zeit die Musik, sie geht voll durch ach guck mal boah der Regen wird sogar stärker boah da rütt draußen scheint die Sonne bei mir und ich hab hier Gänsehaut toll ne das ist schon gut aber man muss auch bei Lord bei schlechtem Wetter muss man sich auch als Lord präsentieren gehen sie mal schneller zur Arbeit ja Pöbel ich will mich nur in die Lage eines Adeligen bringen auf dem Boden sind Pfützen sehen die auch anders aus wenn man reintritt ne das wäre auch ah boah boah hei 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 so war ruinierst noch deine Schuhe wir werden hinterher jemand bezahlen der uns wieder ein paar neue macht jetzt grüß dich die Pfützen nee die Spiegel nicht das wäre glaube ich auch ein bisschen too much im Strategiespiel also dann wird wahrscheinlich wirklich die Software durchbrennen äh die Hardware durchbrennen wer pfeift dir habt ihr nichts zu tun nicht gegeneinander laufen aber der deutsche Adel pinkelt auf Messen an Wänden und besitzt Modelle hat einer von den hohen Zollern auf einer Messe an eine Wand gepinkelt oder oder was haben die gemacht die Pfützen spiegeln ich glaube dass es eher also ja die spiegeln also wenn ihr meint dass sie so spiegeln dann ja aber sie spiegeln jetzt nicht die die reale Welt wieder also es ist ein Spiegelungseffekt da drin wobei Moment der Busch wird gespiegelt guck mal die Büsche werden in den Pfützen gespiegelt ey bei 100 Bewohnern brennt die brennt hier alles durch wobei wir haben schon 15 das wird nicht 100% richtig gespiegelt hier wird der Stamm bis zur Hälfte gespiegelt und dann war es das hä ne jetzt wird auch die Dame gespiegelt wir werden nur nicht gespiegelt weil wir halt einfach ein hinzugefügter Charakter sind doch klar jetzt werden wir gespiegelt alter Moment jetzt müssen wir einmal gucken passiert das auch wenn wir so ranzoomen nicht nur in der third person ja man wird immer in den man wird immer in den Pfützen gespiegelt je weiter wir rausgehen desto weniger hören wir vom Regen Spiegeln Spiegeln auf dem Boden wer hat hier den schönsten Schuhe wir haben wenigstens ein Haus im Gegensatz zu ihren Lehnsherren wir haben eine neue Familie dazu bekommen okay neues Haus bedeutet automatisch eine neue Familie also gut zu wissen gut zu wissen ihr seid versaut ein mobiles Klimagerät braucht man die doch nicht also ich kann jetzt schon sagen mein Rechner ist aber noch nicht so der ist warm aber der läuft bei Warhammer 3 läuft der höher was traurig für Warhammer ist okay guck mal wir haben keine Probleme jetzt im Moment mehr wir haben schon wieder eine neue Familie sobald wir ein Haus gebaut haben bekommen wir eine neue Familie automatisch ne hier wir können loslegen aber nicht bei denen warum nicht bei denen sind die zu klein aber bei denen hier Jo Selbstversorgung wir können ihnen entweder wir können ihnen entweder sagen die sollen sich Gemüse hier anbauen oder die sollen was anderes anbauen wie cool wenn das dabei erscheint dieses Zahnrad ne Markus grüß dich hi und dann können wir gleich nochmal gucken was es man da zusätzlich noch hat ja genau wenn der Baubereich groß genug ist da muss man da muss man also auch noch drauf achten dass das dann dementsprechend passt das heißt wir machen dann jetzt aber es gibt keinen Tag nach Zyklus so dann gibt es Vegetable Garden Chicken Poop äh Poop Chicken Poop Hüderkacke äh und Goat Sheet Chicken Coop provides eggs doesn't provide yields in the winter Milch das ist so krass einfach nur ne gibt noch kein Release okay das heißt wir sollten aber noch ein paar mehr Häuser bauen wir können aber jetzt schon mal Familien zuweisen hier we need more workers get ready for working come on do it again äh vielleicht können wir auch ein einzelnes Haus nochmal hier hinbauen not enough resources dieses Kreuz dieses Kreuz ist das Wichtige ne oder ich glaube schon dann könnte man das hier ranpacken die Häuser auf der Wasserader gebaut das gibt Schimmel ja das ist bestimmt das größte Problem das Kreuz bedeutet ein Anbau okay ups worum es in dem Spiel geht Aufbau Ausweitung Optimierung Kampf ist halt ein Aufbaustrategiespiel mit RTS kämpfen hinterher aber unser Storehouse was ist denn mit ah wer meint das hier ja gut die müssen halt das Firewood aber woanders hinbringen es sieht so schön aus muss auch mal kurz eine Nachricht schreiben so die Grafik die Grafik die Grafik ist atemberaubend ich habe noch nie ich habe noch nie so eine wunderbare Grafik bei einem Aufbauspiel gesehen ich würde so weit gehen und ich würde sagen ich habe noch nie so eine gute Grafik beim Strategiespiel gesehen mir würde kein Strategiespiel einfallen das diesen Detailgrad hat Zogucker grüß dich meine Güte wie schön ist das bitte Zogucker pass mal auf pass mal auf ich zeige dir jetzt mal unterschiedliche unterschiedliche Sachen als erstes zeige ich dir mal hier oben diesen Bereich und schau mal in die Ferne schau mal in die Ferne das ist das Spiel das ist die Grafik des Spiels das ist die Ferne in die wir hier schauen mit dem Nebel der Nebel der da hinten ist der sieht man übrigens nur weil es geregnet hat also dieser Bereich hier aber wenn das nicht genug ist für dich Zogucker du kannst auch ganz nah reingehen und dann kannst du aus der Ego Perspektive hier durchlaufen bei unserer Sammlerhütte vorbei oder hast du Lust vielleicht doch im Wald spazieren zu gehen dann kannst du aus der Ego Perspektive durch den Wald durchlaufen dann kannst du durch den Wald durchlaufen aber Zugucker das ist noch nicht alles das ist noch nicht alles gut dass du gerade gekommen bist guck mal da hinten wie findest du denn die Hügel hier oder die Hügel hier sollen wir mal da hingehen komm Zugucker wir gehen da hin wir gehen gemeinsam hier hin und gehen in diese Hügel rein und schauen uns ob wir uns hier umschauen wollen oder vielleicht ob wir doch eher hier hinten zu den Hügeln hin wollen das ist nämlich alles die Karte die es hier drin gibt kurz die Wanderstiefel falls du dann irgendwann sagst okay ich möchte doch wieder zurück zu meiner Heimat kannst du in dein Heimatdorf reingehen und kannst dir dann schön den Leuten beim zugucken kannst dir mal schön zugucken kannst du dann wie die arbeiten sehr detailreich oder du begibst dich einfach zum einfachen Pöbel du wolltest einen Ego Modus Ego Modus macht dir das Aufbauspiel besser stimmt klicken wir doch hier drauf willkommen im Ego Modus und du kannst durch deine Stadt durchlaufen und dann gucken wir mal wie detailreich die Personen aussehen die hier sind schau mal in die Gesichter rein wie detailreich diese Personen einfach aussehen das ist so krass einfach nur also Zugucker schlag jetzt zu du kriegst ein Sonderangebot für 100 Euro eine Version ich finde das so krass einfach nur und so weiter und so fort also es gibt so viele Sachen hier die Wege die Wege werden breiter weil hier Personen wohnen und Personen langlaufen die Wege hier unten werden breiter weil hier Personen wohnen und langlaufen wir haben hier eine selbst erhaltende oder selbstversorgende eine selbstversorgende Hütte wo wir gesagt haben die sollen sich Karotten im Garten anbauen wir können sagen wir wollen Karotten äh Hühnchen oder Ziegen haben wir können die Häuser dynamisch an die Straße dran packen erstmal können wir die Straße dynamisch bauen wo wir gerade Lust drauf haben wie wir die gerne bauen würden wir können aber auch dann hinterher sagen Rechtsklicken macht dann immer den letzten Wegpunkt weg wir können aber auch sagen wir wollen gerne die Häuser an die Straße anpassen damit die nicht einfach wie ein Viereck daneben stehen und können das Feld dann dementsprechend weit machen ob wir ein Haus oder zwei Häuser bauen wollen also das ist schon das ist schon ziemlich cool das ist schon ziemlich cool oder das Wasser einfach nur langsam versickert ja oder dass dieses Wasser die Pfützen die wir gerade herausgefunden haben einfach mal reflektieren die Bäume reflektieren die Menschen reflektieren es ist unfassbar unfassbar wir bauen hier nochmal ein Haus hin zack jetzt haben wir hier dynamisch das Haus festgelegt ist jetzt hier an dieser Hauptstraße wo auch immer wieder Händler lang kommen sind sogar halb 10 von 10 ist mega schön ja ab 19 Uhr die Demo okay 19 Uhr aber ich könnte ich könnte hier einfach ich könnte hier oben bleiben und ich könnte mir das die ganze Zeit anschauen das sieht doch schon fotorealistisch aus die Musik wie ich das zugucke gleich vom Stuhl fällt kennt ihr das von dem von diesem Kommentator von von vom Wrestling der Grauhaarige der immer weiter am Stuhl zurück geht oh Gott oh was ich sehe mich jetzt schon wie ich einfach stundenlang hier oben bleiben werde oh was ist jetzt passiert irgendwas passiert ne oh komm mal vor allem jetzt dadurch dass es geregnet hat wie jetzt die Sonne hier rein fällt oh wie die Schatten von den Bäumen sind okay hier sind Bäume also Schatten in diesem Bereich kann man auch eine Kirche bauen aber natürlich das ist der Besitzer ach so ach so man kann eine Kirche bauen hier the church take me to church wir brauchen aber mal mehr Leute die hier irgendwie bei einem Holzfäller arbeiten wir weisen übrigens keine einzelnen Arbeiter zu wie wir auch herausgefunden haben sondern wir weisen Familien zu das heißt wir haben hier acht Familien aufgeteilt auf 24 Personen und jede Familie ist eine teilen wir dann zu also wenn wir hier sagen beim Logging Camp wir wollen einmal eine Person zuweisen einen Worker zuweisen weisen wir damit automatisch eine Familie zu die zwischen eins und drei Personen hat die in der Familie dann dabei sind ich weiß nicht ob es auch mehr sein können als drei Personen also das Real Life ist irgendwie nicht so gut detailliert also seitdem ich jetzt die Brille auf habe ist das Real Life schon ziemlich detailreich wir haben in der Zeit ein Dorf aufgebaut ein schönes Dorf brauchen wir nur noch Sachen um ach guck mal Food haben wir komplett erfüllt wir brauchen Faith Glauben Entertainment und Clothing müssen also wirklich nochmal dafür sorgen ja wollen wir wollen wir das hier reinpacken man kann halt leider kein Blaupausenmodus machen das ist ein bisschen doof also den hätte ich gerne noch bauen wir denn die Kirche hin also eigentlich sollten wir die hier in den Wald reinbauen oder was sagt ihr so mitten hier in den Wald die Bäume bleiben drumherum bestehen und da haben wir es zentral und dann kann auch immer jeder der hier dran vorbei wandert irgendwie ein Händler kurz in die Kirche kommen einmal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und dann geht es weiter Kirche muss in die Mitte vom Dorf wir haben ja noch gar keine richtige Mitte eine Waldkirche also ich kann mir gar nicht vorstellen wie man als kurzsichtiger damals ohne Brille leben konnte ich ich weiß es auch nicht also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt wie wie es bei den Menschen war bevor es das gab Kirche hätte das erste Gebäude sein müssen stimmt Rangers AL hat ein HD Update ist so ohne Scheiß schärfer als das Auge da gab es doch früher die Werbung kennt ihr die noch von Full HD Full HD schärfer als das Auge mir immer dachte das geht doch gar nicht es kann doch nicht etwas schärfer sein als das Auge selbst weil diesen Schärfegrad nimmt man ja gar nicht mehr wahr dumme Werbung direkt gelöscht Marktplatz um die Kirche herum ist das möglich theoretisch ja aber wir können hier den Marketplace könnten wir ja so definieren ah ne das Ding wobei wir könnten ne das das würden wir nicht hinbekommen glaube ich also wir würden mit einem Dreieck würde man das vielleicht schaffen sagen wir hier ist die Kirche das heißt ich würde da so hoch gehen so ah so 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 vielleicht vielleicht wäre das so möglich müsste man nur irgendwo die Straße mit anbinden könnte ich mir vorstellen über einen Friedhof zu machen oder auf dem Marktplatz davor können wir Sachen verschieben oh wir können relocaten das ist ja cool das ist ja gut da wir den wahrscheinlich am meisten hier in der Region brauchen wir lassen den erstmal da war doch gegenüber der Kirche ähm ich glaube hier passt die Kirche aber auch gar nicht rein guck mal wie groß die ist ne die passt hier nicht rein wir können die anderen Gebäude auch nicht verschieben wir können nur so kleine Gebäude verschieben ja stimmt ja manchmal bin ich ein bisschen raus aus dem historischen Bauen weil ich mich da nicht ganz so gut auskenne vor allem hat diese 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 Demo einfach so einen krassen Umfang überlegt mal ich sag's ich will's ich will's nochmal betonen das hier ist eine Demo-Version zu einem Early Access Titel das ist eine frühe Demo-Version das heißt das ist der frühe der frühe Umfang von einem Spiel das selbst im Early Access hinterher erscheinen wird das ist krass und ist nur der Aufbau drin und ich glaube der Entwickler also was was man sagen muss der Entwickler gibt sich wirklich Mühe man muss ihm ein bisschen sagen er hat sich auch sehr viel Zeit gelassen deswegen kam ja der Publisher hinterher ins Spiel aber er gibt sich wirklich viel Mühe Meat Berries wo kommt denn das Brett her Markus grüß dich und Susi Zugucker natürlich auch alle spielen dasselbe alle haben sie Zugang Frechheit als Tech Demo betiteln ja das trifft's gut den Hausbau gerade glaube ich nicht weil wir keine Ressourcen haben doch wir haben Ressourcen warte mal ich werde erstmal eine neue Familie hier nochmal zuweisen ja wir können den Hausbau nochmal zeigen weil wir eh mehr Familien brauchen das Gute ist dass halt direkt neue Bewohner dazukommen wenn das Haus gebaut ist so New Family direkt bekommen Village Life zack wo bauen wir denn hier unser nächstes Haus hin vielleicht hier drüben also das wird über ein Viereckensystem gemacht und dieses Viereckensystem definiert wie viele Häuser wir hier drin haben werden wenn da nur ein Haus drin ist dann bedeutet das hier kein Haus gebaut werden wenn ein Plus noch mit reinkommt bedeutet das dass wir eine Selbstversorgung mit reinbringen können also zum Beispiel Gartenanlage wo die dann hinterher ihre Karotten oder ähnliches drin pflanzen werden das Ganze kann auch an die Straße geheftet werden oder an andere Gebäude geheftet werden das heißt wir können sagen wir wollen jetzt hier unten beginnen gehen hier einmal nach oben bauen hier drüben nochmal rüber und gehen dann hier unten hin und dann könnten wir sagen so haben wir dann ein Haus für uns gebaut können das aber auch anders machen man muss immer gucken wo das Haus hingeht es würde auch so gehen wenn wir das so machen könnten wir da sogar noch einen Dings dran bauen Garten dran bauen machen wir mal zack ich werde mal nochmal eine Straße hier durchbauen die wird hier hinkommen einmal hier rüber hier entlang hier entlang aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der letzten so dann haben wir nämlich nochmal ein paar Querverbindungen dann haben wir diesen kleinen Wald hier in der Mitte noch eingebaut muss nochmal kurz raus tappen also auf ich bin ist sehr großartig sehr großartig gut ich bin sehr großartig sehr großartig Gott ich bin sehr großartig Zeitgeist, grüß dich. Ich habe schon auf das Augensymbol draufgedrückt. Der Visiter-Modus, ne? Ja. In der jetzt viel Zeit mit der Feinarbeit verbringen wird. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So. Das heißt, wir bauen jetzt hier unten unser Haus auf. Hier drüber sehen wir auch über diesen Bogen, wer denn gerade für den Bau zuständig ist. Also hier unten, Burgage Plot. Die sind dafür zuständig. Ähm. Und dann sparen wir jetzt mal ein bisschen, um uns hier hinterher auch eine Kirche reinzubauen. Wir haben jetzt eine zweite Person hier zugewiesen. Wir müssen jetzt nochmal eine Person hier drüben zuweisen. Beim Förster. Packen wir auch nochmal einen rein. Also Förster ist, wie gesagt, entweder Erster auf Deutsch oder der Durstige. Förster. Ich bin nicht nur Förster, ich bin Förster. Schönen, grüß dich. Ah ja, ja, auf dem Weg zur Arbeit. Uiuiui. Da wünsche ich dir eine ruhige Schicht auf jeden Fall. Wir können dann auch später aufsteigen. Also wir sind jetzt gerade ein Small Village. Sobald wir eine Kirche haben, sind wir ein Medium Village. Dann sind wir automatisch aufgestiegen. Förster, Förster. Genau. Förster, Förster. Erster, Förster hier. Wir haben unsere unterschiedlichen Materialien, die wir hier abgeben. An jedem Ständchen ist jetzt eine Familie eingesetzt. Genau, einer von denen ist Superman. Man muss aber jedes Haus immer wieder einzeln manuell bemannen. Also da müssen Personen reingeschickt werden, die wir da zuweisen wollen. Kann man dem Holzfäller Gebiete zuweisen? Der Holzfäller sucht automatisch nach seinen Gebieten. Also da geht es leider nicht. Wir können aber Gebiete... Wobei, nee, wir können hier. Wir können hier ein Gebiet zuweisen. Ich habe Unsinn erzählt. Hier steht sonst... Sonst wird er im kompletten Gebiet hier arbeiten. Also in allem, was rot umrandet ist. Oder wir sagen ihm, wir wollen gerne, dass du nur in diesem Gebiet hier arbeitest. Das geht tatsächlich auch. Hätte mich auch gewundert, ja. Weil beim Jäger geht es nämlich auch auf jeden Fall. Da können wir ja sogar die Population bestimmen. Also wie viel dürfen es maximal sein? Oder wie viele... Ah! Nicht null! Nein! 20. Wir bleiben bei 20. Wie viele müssen vom Bestand noch übrig sein, damit die nicht angehen? Da kommt wieder die ganze Familie angefahren. Alle arbeiten sie wieder. tapfer, bunter, fröhlich, wie sie sind. Legt los! Kannst du dir das Waldstück für die Kirche abholzen lassen? Nee, das soll da bleiben. Das soll da bleiben. Das sollen hinterher... Die hauen automatisch die Dinger weg. Also die Bäume weg, wenn es im Weg ist. Ich würde die gerne hier hin bauen. Dafür brauchen wir allerdings erst mal 8 Holz. Wir haben gerade 2. Das dauert also noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob die mal Oxen mitnehmen. Nee, das ist nicht darauf begrenzt. Du kannst hinterher, wenn du Einfluss oder Ähnliches hast, über die Karte diese Region dir holen. Also Claim with Influence oder mit Gefallen kannst du dir die holen. Dann kannst du dich noch weiter erweitern. Da gibt es auch andere Ressourcen dann teilweise drin. Da gibt es auch Clay Disposit oder hier hinten gibt es sogar eine Trade Route. Also das kannst du alles hinterher erweitern. Und wenn du hier auf der Karte bist, das alles, was du siehst, ist auch hier die Spielkarte. Also du kannst hier hinten hingehen. Neowinger, grüß dich. Du kannst hier drüben hingehen und du könntest hier überall Gebäude hinbauen, wenn die die Gebäude gehören würden. Bis hin zum Ende der Karte. Das Ende der Karte ist hier. Und dann kannst du trotzdem noch bis da hinten hinschauen. Also das ist eine sehr lebendige Welt. Selbst wenn wir da hinten an den Bergen vorbeischauen, ist hier hinten nochmal ein Hügel, um das lebendig wirken zu lassen. Und zack, so hatte man aus Versehen, wie hat hier Bestand aus? Ja, war ja wirklich nur aus Versehen. Das Team wird heute Abend wahrscheinlich lahmgelegt. Gibt es auch Wasser? Ja, wir haben hier Flüsse zum Beispiel. Aber es gibt auch, wenn wir bei Bau-Menü sind, unterschiedliche Filter hier auf der rechten Seite. Und dann können wir zum Beispiel Underground-Water anzeigen lassen. Und das sind hier diese Flussadern oder diese Wasseradern, die unter ihre Schlangen laufen. Und da müssen wir zum Beispiel auch unsere Brunnen draufbauen. Deswegen haben wir den Brunnen hierhin gebaut, damit wir da direkt unser Wasser rausholen können. Da sieht man auch gut, dass die Welt wirklich eine Scheibe ist. Das ist absolut richtig, definitiv. Du musst nur aufpassen, dass man dann hinterher nicht runterfällt. Ja. Oder man braucht Luftballons, damit man sich dann darüber schweben lassen kann. Das ist korrekt. Genau, dann läuft Sonntags-Watcher mit einer Wünschelroute für uns rum. So, wenn wir das gebaut haben, dann reicht es auch erst mal. Wir können auch sagen, wollen wir das hier beforsten oder wollen wir das hier beforsten? Ein dreieckiges Viereck ist das. Ein dreieckiger Würfel. Wir beforsten mal hier die Region. Da soll sich die Familie mal drum kümmern. Bei Förster kann man übrigens nur einen zuweisen. schon krass, was inzwischen möglich ist. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Selbiges wird wahrscheinlich auch der Duke jetzt sagen, wenn er hier wäre. Bisschen dunkel heute, die Kamera, ne? Coole Sache, aber auf jeden Fall. Mir gefällt's. Äh. Bist du bitte den Ochsen in Ruhe? Wer von euch ist das? Wer von euch ist das? Han Solo. Was ist deine Ausrede, Han Solo? Das ist ein Singleplayer-Spiel. Ähm. Die Frage ist jetzt, hängt jetzt dadurch dieses Aufbauen auf? Äh. Sich auf? Campbell Viking, grüß dich. Der Ochs. Der Ochsen gefällt's. Ah, okay. Sie ist dran vorbeigebackt. Unsigned Idol? Ich glaube... Der steht wie ein Ochs vorm Berge. Ah, ha, ha. Ich lass mal kurz ein bisschen voranlaufen. Ja, Ochse. Kann sein, dass es vielleicht sich aufgehangen hat in dem Moment. Mein Urlaub wurde gecancelt und nun kann ich weiter Ranger schauen. Wie, dein Urlaub wurde gecancelt? Achso, der steht auf dem Kleid. Entschuldigung. Rollung, grüß dich. Hi. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen das Gebäude einmal kurz abreißen. Der hat sich festgehangen. Schade, schade. Pass mal auf. Dann machen wir es so. Eins reicht mir. So, machen wir es. Zack. Wir brauchen hier die Ressourcen für die Kirche hinterher. Ja, kann ja passieren, ne? Kann ja passieren. Weil die Heizung im Effekt ist. Ach, du Scheiße. Dann hoffe ich, dass du dich hier bei Männerlords ein wenig entspannen kannst. Zurücklegen kannst. Genießen kannst. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die dann... Oh, die Händler. Da sind sie. Storage Limit reached. Wo denn das? Bei unserem Ochsen. Ich hoffe, der... Wartet mal. Okay. Der wird weggebracht. Sehr schön. Das passt also. Ein blöder Ochse. Der arme Ochse. Der arme Ochse. Er hat nichts getan. Er hat nichts getan. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Chaos Pride. Grüß dich. Hi. Und eine Taverne brauchen wir auch noch. Die Taverne können wir ja hier ein bisschen wegpacken. Können wir ja hier oben hinpacken, ne? Da, wo sie ja nicht ganz so rumpöbeln können. Hier haben wir Eisen. Er hat nichts getan. Wahrscheinlich würde die Benutzung der Heizung mehr kosten als die Miete für die Wohnung. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, wenn die Heizung defekt ist, musst du einfach den PC anmachen und Warhammer 3 anwerfen. Dann hast du auf jeden Fall die Bude danach warm. Da kannst du aber von ausgehen. Hier unten sind übrigens nochmal ein paar Vorteile. Summer. Seasons are deeply connected to people's lives and affect different jobs. Das heißt, es gibt hier drin die vier Jahreszeiten. Also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und die haben einen Einfluss da drauf. Wie sich unsere... Wie zum Beispiel unsere Ernte ist oder ähnliches, ne? Im Frühling ist es zum Beispiel so, dass unsere Beeren wieder wachsen. Und... Ploving for quick summer harvest possible. Frequent raining. Das finde ich gut. Im späten Sommer können wir dann unser Getreide ernten. Im Herbst ist dann das Ende der Ernte. Wieder bestellen. Die Beeren hauen ab. Disappearing. Lügen. Okay. Beeren hauen komplett ab. Also gibt es gar nicht, keine mehr im Winter. Ab da brauchen wir Feuerholz, um zu überleben. Und ab da darf man keine Schafe mehr scheren. Und es gibt eine Chance, dass man krank wird. Mittlerweile aber viel Chaos im Chat. Chaos Papa, Chaos Pride. Chaos Pride und Icke. Ich sag ja wohl, Ranger ist herrscht Chaos. Aber du hast zweimal Chaos Pride genannt. Das ist ja... Ich glaube, man braucht eventuell mehr Familien, die sich um Feuerholz kümmern. Stimmt, wir haben kein Fuel mehr, ne? Doch. Wir haben noch 40 Fireboot. Das ist, glaube ich, nur hier gerade im Angebot, oder? Das ist, glaube ich, auf die Häuser verteilt. Deswegen fehlt es gerade. Deswegen fehlt es, glaube ich, gerade. Ja, die haben überall ihr Feuerholz jetzt gerade schreien gepackt. Deswegen. Wir brauchen aber trotzdem, du hast recht, wir brauchen mehr Feuerholz. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwo finden. Hier. Der Woodcutter produziert Firewood. Firewood! Packen wir den mal hier drüben hin. Gegenüber vom Förster. Kuschelmasse. Das ist Muskelmasse. Das ist Muskelmasse. Das ist Muskelmasse. Okay, das Haus wird aber fertig. Danach wird das hier mit der Priorität 2 angegangen werden von uns. Das heißt, wir haben dann auch unser Feuerholz. Dann haben wir hier alle Gebäude rausgebaut. Also unseren Holzfällerlager, unseren Woodcutter, dann haben wir unseren Förster mit dabei, unseren Jäger und unsere Sammelvorrichtung. Mining brauchen wir noch nicht unbedingt, werden wir dann hier drüben hinbauen. Storage haben wir auch alles gebaut, alle drei Gebäude. Dann sind wir jetzt dabei, hier alles zu bauen. Wir brauchen also noch die Taverne und die Kirche. Und dann können wir mal langsam Richtung Farming gehen. Die heißt mir, alles gut. Alles gut. Wichtig ist, dass man sich immer selber wohlfühlt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das meine ich auch ernst. So, Annesheim Family. Woher kommen deine Einwohner? Die kommen, wenn wir neue Häuser bauen. Also dann ziehen die quasi zu unseren Hütten dazu. Wir sind direkt im Männerlord eingestiegen. Genau. Wir sind heute direkt mit Männerlord eingestiegen. Anno gibt es Sonntag wieder. Nächsten Sonntag. Einmal kurz schauen. Weil ich will euch das einmal zeigen. Jetzt gleich ist ja das Haus fertig. Und wenn das Haus fertig ist, dann werden wir wieder eine neue Annesheim Family bekommen. Gleich durch. Einen Moment. Wenn die Straßen von alleine breiter, desto mehr sie genutzt werden. Also ich glaube, dass die Breite der Straßen ein wenig davon abhängt, dass hier Wohnhäuser in der Nähe sind. Und dann werden die wahrscheinlich auch breiter gleichzeitig mit der Benutzung einhergehend. Ist so das, was ich da jetzt so mitbekommen habe. Oder was ich da beobachten konnte bislang. So. So. Jetzt gleich sollten wir wieder eine Annesheim Family bekommen. Construction finished. Oder gibt es hier Wirkungsbereiche? Jetzt haben wir... Hier wohnt noch keiner drin. Okay. Das dauert also doch noch mal ein bisschen. Das dauert also doch noch mal ein bisschen. Können wir mal kurz vorspulen. Auf jeden Fall wird hier irgendwann eine Person einziehen. Ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Die ganze Zeit lief es und jetzt nicht. Jo. Ist dann so. Aber wie gesagt, wir brauchen noch mal Feuerholz. Und wichtig ist eigentlich auch... Wir könnten hier drüben ja... Ein Feld bestellen. Eine Farming Field. Hier oben ist fruchtbares Laniac. Ja, Gott. Das will. Field size too big. Warte mal. Too big. Es gibt too big, okay. Können wir das so machen. Und dann hier mit dem Feld. Alter, da kann ja selbst Farthest Front hier einpacken. Ohne Mist. Haben die einen eigenen Brunnen? Jetzt werden wir einen eigenen Brunnen. Aber das ist ja cool. Meinst du die hier? Das ist kein eigener Brunnen. Das ist einfach nur hier hinten, wo wir noch einen Schuppen reinbauen können. Das ist das Zeichen dafür. No Farming Build in Region. Ach, jetzt können wir uns da festlegen, was wir da gerne haben möchten. Okay. Das heißt... Emma Fellow. Wir nehmen Emma. Ja, also Weed. Smoke Reed Everyday. Natürlich nicht. Nein. Nicht machen. Rotate Core. Also wir könnten auch sagen, wir wollen das gerne rotieren lassen. Und dann im zweiten Jahr was anderes bauen. Und im dritten Jahr nochmal was anderes. Das würde auch gehen. Wir können uns ja mal anzeigen lassen, wenn wir hier im Baumenü sind, welche Bauart wo am besten wächst. Also hier ist Emma. Hier haben wir Flex. Das wächst nirgendwo bei uns in der Region gut. Hier hinten. Und wir haben Barely Fertility. Das wächst hier drüben. Non. Aber wir lassen es erstmal bei I'm. Das macht ja hier sonst keinen Sinn. Force Early Harvest. Ne, lassen wir auch erstmal weg. Wie gut ich die Demo finde von 1 bis 10. Definitiv eine 8. 8 bis 9 irgendwo. Weil für mich, für mich hat dieses Spiel schon eine sehr gute Qualität für eine Tech-Demo. Und es bietet einen guten Umfang, um sich im Spiel zurechtzufinden. Also ich finde den Umfang super. Weil heute Abend kommt ein Video raus zu Floodland auf YouTube. Angespielt zu Floodland. Spiel, das so ein bisschen ist wie Surviving the Aftermath oder Endzone The World Apart. Das ist einer Geheimtipps der Gamescom gewesen. Und dieses Spiel hat eine 1-Stunden-Demo gehabt. Und es war egal wie weit ihr wart. Es ist kein Cut gewesen nach einer bestimmten Menge, die ihr gesehen habt. Sondern wie lange ihr gespielt habt. Nach einer Stunde ist das Spiel hart gecuttet gewesen. Dann wurde nach einer Stunde gesagt, danke fürs Zocken. Und natürlich ist in einer Stunde, da muss man durchrushen. Das heißt, ich habe beim ersten Mal langsam gespielt. Bin nicht weit gekommen. Beim zweiten Mal durchrushen und gucken. Und hier kann ich mir richtig Zeit nehmen, um diese ganzen Sachen anzugucken. Um mir anzugucken, wie hier alles wächst. Wie die Stadt funktioniert. Wie das alles spielerisch auch mit einher geht. Also ich kann mir richtig auch mal die Sachen durchlesen. Das ist bei der zeitlichen Demo natürlich nicht so gut. Und der Umfang ist halt grandios bislang. Das ist halt so die Quintessenz, wie ich da draufkomme. So. Was haben wir denn jetzt noch? Was werbung rüberkam? Was als werbung rüberkam? Viel Erfolg. Mios, viel Erfolg. Viel Erfolg wünsche ich dir. Viel Dank für den Follow. Wieso? Wie lange geht die Beta dann bitte? Die hier? Bis zum 10.10. Aber ich meine jetzt umfangtechnisch. Also dass ich hier in Ruhe bauen kann. Und nicht an irgendwas festgehalten werde. Wir können noch nicht upgraden. Farming. Farm Building. Ach, wir brauchen noch eine Farm daneben. Dafür brauchen wir aber auch Ressourcen. Dafür brauchen wir einen Hammer. Also ein Werkzeug. Wir gucken mal kurz, bis wir acht haben. Dann bauen wir erstmal die Kirche. Jetzt erstmal die Kirche im Dorf lassen. Eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Das steht noch nicht fest. Das dauert aber wahrscheinlich noch ein kleines bisschen, bis der Release da ist. Muss man ehrlicherweise dazu sagen. Der gute Altgiersche. Der kann doch nicht so lange dauern, nochmal ein Holz zu bekommen. Zu dem Spiel. Ob ich Kies verlosen werde, weiß ich nicht. Es kommt drauf an, was sie für ein Deal machen mit dem Entwickler. Das kann ich nicht sagen. Wenn die Entwickler sagen, jo, hier könnt ihr Giveaways machen, dann bin ich natürlich zufrieden. Nur an Mods. Genau, es gibt nur Kieferlosungen an Mods. Weil die werden nämlich immer bevorteiligt. Hier unten sieht man übrigens die Version. Early Access Demo. 0.5.1. Alter, 0.5. Ich bin gespannt, wann das Spiel rauskommt. Das könnte für mich... Ich weiß, ich habe es zu Phasis Frontier gesagt. Phasis Frontier ist für mich eines der besten Aufbauspiele der letzten Jahre. Definitiv. Eines der besten Aufbauspiele der letzten Jahre. Ich würde sagen, Manor Lords könnte eines der besten Aufbauspiele aller Zeiten werden. Wenn es sich denn weiterhin daran orientiert, was es hier so macht. Und das wird halt wichtig werden, im Nachgang zu sehen. Weil wir müssen bei aller Euphorie, die wir mal haben, ich weiß, wir müssen die Euphorie natürlich auch mal haben. Wir müssen auch mal freuen, ein schönes Spiel zu haben. Aber wir müssen natürlich schauen, wie hinterher das fertige Spiel ist. Weil jetzt im Moment haben wir die Anfangsphase. Wir sind jetzt immer noch beim Small Village. Gehen jetzt gleich hoch zum Medium Village. Bauen jetzt auch noch weiter auf. Wie wird denn die Langzeitmotivation sein? Hält das RTS, die RTS-Gefechte, halten sie die Langzeitmotivation? Gibt es hinterher noch Optimierung? Gibt es Produktionsketten, die wir hier aufbauen können? Die auch ein bisschen komplexer sind. Gibt es ganze Viertel, die wir vielleicht definieren können? Da haben wir zum Beispiel ein Schmiede-Viertel. Da haben wir zum Beispiel einen Landwirtschaftssektor oder so ähnlich und so weiter und so fort. Wie lange kann uns das Spiel hinterher bei der Stange halten? Das werden die wichtigen Entscheidungen sein. Das werden die wichtigen Entscheidungen sein und die wichtigen Faktoren sein. Dazu können wir natürlich noch nichts sagen. Dazu können wir wahrscheinlich auch nach der Demo noch nichts sagen. Und ich möchte auch noch mal kurz sagen, ich verstehe auch, warum Entwickler... Wir bauen jetzt hier rein. Ich verstehe auch, warum Entwickler sagen, dass sie eine Demo zeitlich begrenzen wollen. Denn es ist natürlich eine Sache, wenn wir jetzt hier ein Spiel haben, dass wir die ganze Zeit durchspielen können. Über Stunden und Stunden hinweg kann natürlich auch eine Sättigung des Spielgefühls eintreten. Also, dass man sagt, okay, jetzt habe ich so lange gespielt. Ja, ich warte mal, bis das Spiel aus dem Early Access rauskommt. Das kann auch dabei sein. Das ist auch noch eine Gefahr, die damit einhergeht. Aber bislang macht es einen ganz guten Eindruck für mich. Ich glaube auch, dass das ein bisschen länger im Early Access sein wird. So, die bauen jetzt. Die fangen jetzt an zu bauen. Sehr schön. Das heißt, dann haben wir schon mal unseren Glauben wenigstens mit dabei. Dann brauchen wir noch Entertainment. Wie gesagt, das holen wir uns dann ganz einfach, indem wir hier noch eine Taverne bauen werden hinterher. Und dann müssen wir anfangen, Klamotten zu bauen. Klamotten, 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 Klamotten. Die kriegen wir. Wo kriegen wir die denn nochmal her? Trade Industry. Hier. Da können wir Klamotten bauen. Convert Swool into Yarn and Flags into Line. Wir brauchen also Flags und Wolle. Und wer stellt da die Klamotten daraus her? Also die Frage ist, geht das schon? Oder stellen die die Klamotten selber daraus her? Clothing Cell. Wie verkaufen die das? Hier ist noch ein Fragezeichen. Distributes Cloth, Leather and Yarn. Okay, die nähen sich die Klamotten selber. Das ist auch ein cooles Detail, oder? Zalando, genau. Die Leute von Zalando, übrigens die Besitzer von Zalando, die das erfunden haben, die haben früher Studi-VZ und Schüler-VZ erfunden. Sind dann zu Zalando rüber. Das ist auch gut. Aber das ist ein schönes Detail. Okay, das heißt, die bieten eigentlich nur die Materialien an, um sich Klamotten zu machen. Und dann nehmen die das mit in ihre Buden und machen sich selber Klamotten daraus. Wie geil ist das denn? Was ja auch irgendwie logisch ist, weil im Mittelalter kann ich mir nicht vorstellen, dass sie durch die Läden durchflaniert sind und sich dann immer, ähm... Ja. Irgendwo die fertigen Sachen geholt haben. Ach, dein T-Shirt hier. T-Shirt in L. Hör mal, das nimm ich mit. Ach, die Buchse, die sieht aber schön aus. Slimfit. Nimm ich auch. Das heißt, wir brauchen Cloth, Leather und Yarn. Aus Pelzen. Wo bekommen wir Pelze her? Wo bekommen wir Wolle her? Hier bekommen wir Wolle her. The Sheep Farm. Allein schon die Größe. Ja, eben. Eben. Pelze von der Jagd. Wir haben bislang noch keine Pelze bekommen. Doch, oh, doch, wir haben Pelze bekommen. Die werden nur nicht so explizit hier hervorgehoben. Ach, ihr seht's gar nicht. Ihr habt hier hier unten das gesehen. Ich werde mal kurz meine Kamera verschieben. Ich packe... Ja, danke. Ich packe mal meine Kamera nach hier unten hin. Weil da unten ist jetzt nicht viel mehr. Dann blockiere ich euch nichts anderes vom Bild oben. Wäre sonst doof. So. Haben wir. Sofort wieder bereit. Gleich wieder einsatzbereit. So. Haben wir. Vor allem in Städten gab's fertige Kleidung. Echt? Zu der Zeit schon? Demos, finde ich, haben was. Ich kann das Spiel antesten. Das ist was für mich. So muss man nicht das ganze Spiel holen. Hinterher ist man enttäuscht. Da das eine Demo nur begrenzte Möglichkeiten hat. Ja, sicher. Natürlich. Aber es hat natürlich... Also es hat einen Grund gehabt für die Industrie, warum sie Demos abgeschafft haben. Und das ist vor allem, um... Um Käufer, die interessiert sind, nicht im Vorfeld abzuschrecken. Das ist ja der Hintergrund gewesen, warum die das gemacht haben. Das muss man natürlich als Entwickler hier gerade auch bei Bannerlord mit einberechnen. Dass es sein kann, dass die Leute sagen, okay, wir warten, bis der Early X-Test vorbei ist. Wodurch natürlich der eigene Erfolg ein bisschen geschmälert werden kann. Aber ich glaube, und ich bin mir auch sicher, der, der, der Entwickler von Bannerlords, der weiß, was er hier für ein Produkt abliefert. Und der weiß, dass es ein gutes Produkt ist. Also ich bin mir sicher, er hat das jetzt hier mit rausgehauen, diese Demo, weil er davon überzeugt ist, dass das ein gutes Produkt ist. Und das sieht man ja bislang. Das sieht man ja bislang. Wir haben übrigens so viel Nahrung. Er hält ja deutlich länger als bei Fathers Frontier. Mehrstöckige Fachwerkhäuser bauen kann. Wenn man das Dorf zur Stadt aufwertet. Ich glaube, das ist noch nicht im Spiel drin, dass man bis zur Stadt gehen kann. Also das kann ich noch nicht ganz sagen. Ich denke, wenn wir jetzt Schafe bauen, dann werden wir auch Smell haben. Deswegen sollten wir die Schafe ein bisschen woanders hinsetzen. So, wo bauen wir denn hier die Schafe hin? Strategie-Amster, ich grüße dich. Hi. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, dir geht es gut. Gutes Produkt ist schon ein wenig abwerten. Ja, gut, so ist es jetzt nicht gemeint, Nils. Das ist jetzt auf eine Goldwaage legen. Aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist schon von mir als Lob gemeint, dass er hier was Gutes abliefert. Guten Morgen! Sani Lasa, vielen Dank für deinen Primes ab diesem Monat. Dankeschön. Und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch dir. Ich hoffe, dir geht es gut. Okay. Wann kann man die Demo laden? Ich glaube, ab 19 Uhr oder so. Meine Seele war im... Hamster war im Rainbow Tunnel. Aber meine Seele hangt treu über den Monitor. Ach, das freut mich aber. Die Musik ist klasse. Und ich möchte es euch nochmal zeigen. Ich möchte es euch nochmal zeigen. Wie geil das einfach aussieht. Lasst euch fallen, Leute. Entspannt euch. Genießt den Morgen am Feiertag. Lehnt euch zurück. Da kann man auch einfach mal die Seele baumeln lassen. Das wird ein Herbstwald. Ich habe schon das Auge oben rechts ausprobiert. Ja. Einfach wunderschön. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Vor allem glaube ich, dass wir jetzt das erste Mal auch den Herbst erleben. Winter haben wir noch gar nicht erlebt. Wir haben noch gar keinen Winter erlebt. Stimmt. Das heißt, wir müssen uns darauf noch ein bisschen fokussieren. Aber erst mal Holz. Ich überlege, ob wir vielleicht noch eine dritte Familie als Holzfäller dazu packen. Machen wir das doch mal. Oh, jetzt weiß ich, woran es liegt. Halt, Moment. Halt, Moment. Moment. Wir haben... Wir müssen auch dem Storehouse jemanden zuweisen. Genauso wie bei unserem Kornspeicher. Wir müssen eine Person haben, die dort rausgeht, die Sachen holt und dann zurückbringt. Das ist ja wild. Werden wir den Winter überleben? Ja, komm. Vielleicht, äh, hier, ähm, ähm, Moderatoren. Euch meine ich. Könnt ihr, könnt ihr diesen Pool machen oder diese Wette machen, ob wir den Winter überleben? Mit Ja oder Nein? Auch genial, dass die Wind, dass die Bäume im Wind schaukeln. Vor allem finde ich das jetzt gerade geil. Das ist so ein geiles Bild jetzt gerade. Ich glaube, das fotografiere ich. Erstmal fotografieren mit dem Handy. Jenny, René, grüß dich. So, paar Fotos. Jenny, René, vielen Dank für deinen, äh, Primes ab diesem Monat. 13 Monate mittlerweile. Hey, der Witzkirr, Kapitän. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank dafür. Okay, wir brauchen unbedingt, unbedingt noch ein paar mehr Woodcutter. Wir müssen mal kurz alle Woodcutter zuweisen. That's fire above. Wie die Kirche hier gebaut wird. Das heißt, guten Morgen, eure Lordschaft. Lassen Sie mal bitte den Ochsen. Hallo. Hallo. Sind Sie wahnsinnig? Ah. Dies ist mein Haus. In diesem wird mir gehuldigt werden. Wenn man jetzt noch die Leiter hochgehen könnte. Das wäre top. Aber leider kann man nicht reinlaufen. Und so soll diese Kirche Sandranger heißen. Auf dass wir immer unter Gottes Gnaden stehen. Auf dass ihr nicht so schnell sterbt, um mir mehr Reichtum zu bringen. So sei es, dass ihr es schafft, was ich nicht schaffe. Dass ihr arbeitet, wofür ich nicht arbeite. Ohne Helm auf der Baustelle. Unfassbar. Das Böse kommt halt nicht in die Kirche. Wahrscheinlich das. Sind die Moderatoren gerade da? Hallo? Oder muss ich jetzt hier den Pool machen? Jetzt gerade machen die Mittagspause. Das muss man sich immer überlegen, ne? Das gibt erstmal eine Abmahnung. Das gibt eine gehörige schriftliche Abmahnung. Alfred macht die Abmahnung bereit. Unfassbar. Toss. Filt. Das heißt, der Woodcutter? Das gibt es jetzt. Grüß dich. Gehaltsminderung. Ist so. Die Schuhe sind der Hammer. Schon wieder schleppt der Obdachlose. Schlappt der Obdachlose Penner in seiner roten Kette. Futter durch die Baustellen. Und den hat die ehrlichen Arbeiter da ran. Punkt 12 geht es in die Pause. Ja, ist ehrlich so, ne? Ich wäre für eine Gehaltserhöhung. Ein Ranger natürlich. Ja. Ich bin gespannt, wie das Winterbild aussieht. Und wir werden natürlich auch unsere typische Position dann wieder einnehmen hinterher, ne? Mj der Franke. Grüß dich. Hi. Wir werden wieder von hier oben aus auf das Tal runterschauen. Ach, guck mal, da ist eine Vorhersage. Das heißt, es war doch einer da. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder... Nein, 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 du musst uns Zeit geben. Du bist, du bist ein Sklaventreiber. Unglücklicherweise sind die Mots auch für die Abmahnung zuständig. Sonntags-Watcher musste halt aufs Klo. Groß oder klein? Das ist jetzt die wichtige Frage. Ihr könnt jetzt eine Vorhersage machen, ob wir den Winter überleben werden. Die Jahreszeit sieht man unten rechts. Jetzt habe ich meine Kamera natürlich genau in dem Moment drüber gepackt. Wobei, warte mal kurz. Vielleicht kann ich meine Kamera noch ein Stück höher packen. Dann müsste es eigentlich auch noch gehen. So, komm. Fangen wir die da hin. Den Tooltip habe ich euch ja gezeigt. Cool, dass sich die Blätter verfärben hier. Das hätte ich jetzt aber schon erwartet. Also das war für mich jetzt so ein... Nachdem der Rest so intensiv drin war, war es für mich schon fast ein Ding, dass das jetzt mit sein muss. Ich frage mich halt, wie man das programmieren kann, dass jetzt die Bäume... Also welche Bäume sich verfärben und welche noch ein bisschen grün bleiben. Boah. Gott. Optisch ist das Spiel jetzt schon der Hammer. Optisch ist das Spiel jetzt schon für mich eines der grafisch schönsten Strategie-Spiele. Zufallsalgorithmus. Davila, mach's gut. Mach's gut. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Erhol dich gut. Und ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen. Sobald du aus dem Urlaub dann wieder bist. Wenn du da bist. Viel Spaß. Mach's gut. Okay, aber das mit dem Holz macht mir jetzt gerade ein bisschen zu schaffen. Wir haben drei Monate. Dezember bis Februar. Das heißt, wir brauchen noch für einen weiteren Monat... Eieieieiei. Das können wir aber auch nicht priorisieren. Gathering. Gathering will ich so aus. Holt der sich selber Holz? Warte mal. Lass mal die Zeit vorspulen. Wo ist er hin? Der holt sich selber Holz. Ach, der nimmt sich nur so kleine Stöcke raus. Wie cool ist das denn? Ich dachte, der nimmt sich jetzt... Ich dachte, der nimmt sich jetzt so einen richtigen Baumstamm und fängt ihn an zu zerkleidern. Aber du musst mal ein bisschen mehr Spinat essen, wie das aussieht. Wer braucht denn so viele Schläge für Holz? Mit einmal. Da stellt man sich vor den Holzblock und da macht man... So geht das. Ungefähr so. In die Saat und Weiß. Ach, ich habe mit dem Finger gestoßen. Oh, das tat echt weh. Scheiß Eisenspinne hier. Oh, grüß dich. Das riecht da. Das freut mich sehr. Die nächste Folge sollte morgen rauskommen. Heute kommt nämlich Floodland um 20 Uhr. Die Preview auf YouTube. Das heißt, morgen und übermorgen kommen dafür eine Folge um 20 Uhr. Macht doch jeder. Ist so. Ah, wir haben ein neues... Boah. Sieht die cool aus, ey. Boah, sieht die cool aus. Hast du schon Alliance of the Sacred Sun? Ja, das habe ich schon erwähnt. Die Demo ist jetzt schon verfügbar. Ja, cool. Boah, ist das cool, ey. Man müsste sich... Leider kann ich das nicht so flüssig machen. Aber eigentlich müsste man sich so ein Skript schreiben, dass die Maus einmal so runter geht. Das kann man mit dem Controller gut machen. Ei, 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 ei. Ups. Denkt dran, ihr könnt auch eine Vorhersage machen. Werden wir den Winter überleben? Ja oder nein? Mit diesen Kanalpunkten. Kanalpunkten. Benbuto, mach's gut. Stampede, hi. Wie ist es? Bislang richtig gut. Richtig gut. Mountain Blade Manor Lords. Oh, das wäre eine gute Mischung, ne? Dass wir da mit dem Fürsten quasi noch in den Kampf reiten können. Angriff! Tacklen! Ey, wie viel Fleisch nimmst du denn mit? Ich hoffe, der hat da bezahlt. Flavillas, sehr gerne. Sehr gerne. Ich kriege einfach ein halbes Schwein weg. Ist so. Was für einen wilden Typ. Hol doch mal den Rest deiner Familie dazu. Jess. Wieder eins drin. Okay. Ah, er transportiert es automatisch rüber. Das heißt, das wird jetzt wieder verteilt. Auf die elf Familien, die wir haben. Okay, wir sehen jetzt relativ gut, dass drei Personen immer eine Familie ausmachen. Also Mutter, Vater, Kind. So ungefähr. Food Variety und Marketplace. Wir haben plus drei. Wir sind bei 54% positiv. Und wir haben beim Leistocken Ochsen. Ich erkenne da niemals ein Schaf. Ich erkenne da immer eine Person, die sich verzweifelt, der den Kopf hält. Also hier ist quasi der Rücken. Hier oben ist so ein Glatzkopf. Und das hier ist der Arm, der hier hoch geht und die Hand hält. Seht ihr das auch? Erkennt ihr das, was ich meine? Rücken, Glatzkopf, Rücken. Hier der Hals, der Nackenbereich. Ellbogen, Hand, die nach oben geht. Brauchst du eine neue Brille? Also für mich ist das so. Das hat nichts mit der Brille zu tun. Da sollte ich eher einen Psychologen aufsuchen. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Wollen Sie das wirklich wissen? Nein. Wollen wir nicht mehr ein Footcutter einstellen? Weil wir im Moment nicht mehr Familien haben, die wir dazustellen können. Also wir haben zwar 33 Personen, aber es wird immer eine Familie zugewiesen zum Arbeitsplatz. Wir könnten überlegen, ob wir den hier rausnehmen. Weil wir haben ja eh gerade keine Klamotten. Dann könnten wir hiermit nochmal einen dazu packen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir weiter vorankommen. Wir haben Oktober. Oh Gott. Oh Gott. Noch anderthalb Monate, dann ist Winter. Das hat sich angehört, als wenn ich jetzt über die Realität reden würde, ne? Auch die Dunkelheit jetzt. We are coming in a world of darkness. Winter is coming. Keiner weiß wohin, aber er kommt. Das Spielungsstelle sagt mal, geht oder nein? Shows total good minus amounts reserve for construction. Achso. Das hier ist alles, was wir haben. Und wenn wir hier drauf drücken, dann bekommen wir nur das angezeigt, was übrig ist, nachdem der Konsum abgezogen wird. Das ist ja auch ein cooles Feature, ne? Das habe ich nicht eingeladen. Das ist der Major Winter von Bed of Brothers. Wir brauchen, aber eigentlich wäre es cool, noch ein Haus zu haben. Wobei, wir könnten jetzt auch eine Taverne bauen. Ich habe keine Ahnung, wo die Bia herholt. To reach an access to ale. Pale ale. It's the spirit. Fangen wir mal hier oben hin. Zack. I scare people. Stop it. Da ist er wieder, einer der Händler. Bleib doch mal bei uns stehen. Was hast du denn so? Verkauf mir dein Pferd. Warum haben die eigentlich so Mützen gehabt, die man noch auf eine Seite runterklappen konnte? War es um so einen Sichtschutz, damit man quasi, oh, die Sonne kommt von links, also packe ich es so rüber, damit die Sonne mich da nicht verbrennt? Joschi, grüß dich. Guter Werner macht Bier und Schnapp selbst, aber die muss ja irgendwo, muss die das ja herholen. Bier aus Weizen, den wir noch nicht haben. Also irgendwas würden die benötigen. Irgendwas werden die benötigen. Das sieht nicht nur gut aus, das ist auch, sieht auch wirklich, also, wenn ihr das heute Abend selber spielt, glaubt mir, die Grafik sieht noch mal 10.000 Mal besser aus, wenn ihr es selber habt, als wenn ihr es über den Stream guckt. Nur 6 Stunden 47 Minuten. Da ist es soweit. Dann kann jeder selber spielen. Das ist vollkommen kostenlos, weil es eine Demo ist. Jeder kann das, was wir hier spielen, was die Content Creator alle spielen. Jeder kann das spielen dann. Ab 19 Uhr. Jede Person. Melzerei bauen. Warte, der nochmal. Hier, ne? Converts Barley. Ja, hier. Wir brauchen eine Brewery. Also es nützt ja jetzt noch gar nichts. Und dafür brauchen wir... Okay. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Feld, in dem wir die Barley Fertility haben. also hier oben äh... Feld. Gucken wir mal kurz, ob wir das vielleicht so besser hinbekommen. Too big. Ja gut, wenn es zu groß ist, dann machen wir es halt. So. Dann werden wir hier ein Farmhaus in die Mitte bauen. Aber das Problem, was ich gerade sehe, ist halt, wir brauchen Werkzeug dafür. We need working tools. Das wird dann da hingegen gebaut. Und in Coneheads. Und auch eine Farm bauen. Die können wir leider noch nicht bauen, weil wir dafür das hier nicht haben. Wir haben keine Tools. Wir haben keine Tools. Wir müssen also erst Tools herstellen. Wo bekommen wir Tool Time? Wo bekommen wir die nur her? Hier. Tools aus Iron Slabs. Dafür brauchen wir Iron Slabs. Converts ein Ohr zu Iron Slabs. Hier bekommen wir ein Ohr her. Das heißt, wir bauen eine Mining Pit hier drauf. und verbinden das mit der Straße. So. Können wir hier noch weiter Häuser hinbauen. Aber guck mal, die, die arbeiten trotzdem, die, die bauen trotzdem. On the work they were assigned to, if there is nothing to do for a while, they will help with the other jobs. Okay, wenn die nichts zu tun haben, dann werden die automatisch anfangen zu bauen. Ist doch ganz gut. Big Ben macht's gut. Ciao. Ich weiß nicht, Tim. Erzähl es mir. Hoffentlich bricht nicht der 300 Server zusammen. Ich sehe das Dorf schon sterben. Quatsch. Wir werden alle sterben. Was? Wir werden alle Serben? Dreimal WC bauen. Können wir leider noch nicht. Weil wir für den, äh, Stufe 2 Upgrade brauchen wir jeden dieser Punkte erfüllt. Und uns fehlt Entertainment und uns fehlt Clothing. Was ist das Problem? Also alle der grünen Requirements. Wen willst du färben? Achso. Wow. Es wird dunkel. Bei unserer Mine. Okay, ich erzähle nicht als Unterhaltung. Nee, wer hätte es gedacht? Das zählt nur als Glaube irgendwie. Und dann auch noch mit einem Level? Wir können die auch noch upgraden, ne? Selzer. Oh, wir können Glockensound einstellen. Musik Ja, okay, ist gut. Ich brauch's. Ich musste das machen. Ich musste es machen. Sonst wäre ich nicht zufrieden gewesen. Es ist ein Zwang. Ein innerer Zwang. So schöne Fantasy-Geschichte. Zogucker wollte die Messe lesen. Bruder Jakob zu läuten. Stimmt, wir hätten Bruder Jakob machen können, ne? Nee, ich lass es jetzt. Ich lass es jetzt versprochen. Ich find's cool, wie... Also, man muss doch sagen, guck mal, am Anfang war nichts da. Also, es war hier nichts. Es ist dynamisch gewachsen, oder? Es sieht aus wie ein dynamisch wachsendes Dorf. Das sieht jetzt nicht so aus, als wenn das hier irgendwie generisch zusammengestellt wird. Sondern das sieht schon so aus, als wenn's... Als wenn hier halt jemand... ...leben würde langsam. Als wenn sich hier... ...ne Stadt entwickelt. Ich find's schon cool. Da haben wir mal... Hier brauchen wir fünf, sechs zusätzliche Bewohner. Ja. Definitiv. Das ist richtig. Auf die Männer des Lords. Ich glaub nicht, dass man die hier drin schon bauen kann, um ehrlich zu sein. Wir müssen dafür Mauern stellen. Moment. Wir können schon Mauern stellen? Was? Auf der Tag 7 ruht er. Moment. Der Lord wohnt auf der Straße. Ja, wo bauen wir uns denn hin? Also, die beste Sicht hätten wir natürlich, wenn wir hier irgendwo einen Cut reinsetzen, ne? Hier so das Ding. So bauen würden. Aber man muss ja auch... Man muss ja auch nah beim Volke sein. Man kann ja nicht einfach irgendwo hier... Ne? Man muss ja schon... Man muss ja schon... Hier rein. Hier könnten wir's hinbauen. Was ist denn mit der Musik los? Boah! Hör mal! Huch! Hat mich mitgerissen. Jetzt ist der Flötis durch. Okay. Der Pöbel muss zu dir kommen, nicht umgekehrt. Ach so. Hey, Papi! Spanisch haben wir auch noch mit dabei. Hola, Papi! Damit du das Dorf im Blick hältst. Aber wir bauen uns ja nicht unser Dorf hier in die Kuhle rein. Das Dorf muss ja auf uns hinauf schauen und nicht hier unten so im Nichts. Ne, dann könnt ihr auch über die Mauern drüber gucken und dann können die uns angucken. Ne, wir brauchen... Wir müssen uns schon nach oben bauen. Hier in die Region. Wo sind die ganzen Bäume auf einmal hin? Sind die einfach so verschwunden? Not enough money for royal taxes. The King demands the region of Ranger Fork. You are hereby on our mission of debt for the land on which the royal crowns has granted stewardship to the honorable Ranger Lot. Sir Ranger Lot, wenn ich bitten darf. The tax is to be levied upon the land to be paid in precious wealth or labor. Failure to submit payment will find the lands for faith. The governance under the stuart and return to the crown. Pay upcoming royal tax. Sag mal. 5! 131 Tage um 5 Gold zu verdienen? Gib mir Geld! Äh... Es wird Zeit, Steuern zu zahlen. Volk! Will nicht die Bewohner anklicken im Haus. Gib mir Geld! Bezahlt mal euer Essen, wenn ihr das hier fällt. Ja, also jetzt kriegt man hier in der Tat eine Quest, dass man ein Jahr Zeit hat, um Steuern zu bekommen. Aber wo bekomme ich den her? Trade? Sell surplus good for passing travel merchants. Können wir das hier hinbauen? Die kommen ja immer mal wieder vorbeigelaufen. Da gab es wenigstens Wein. Äh... Glow on supplies. Ja, was machen die mit dem Feuerholz? Essen die das, oder? Alex of Gatehouse. Ich würde hier gerne ein Gatehouse hinpacken. Aber wo? Ach da. Welches ist denn jetzt richtig rum? Moment. Ich glaube, das ist komplett falsch rum. Wir machen es mal kurz so. Wir brauchen jetzt erstmal... Wir brauchen jetzt erstmal nochmal eine Hütte. Wir brauchen jetzt erstmal nochmal eine Hütte. Verruhigt euch alle. Wir brauchen jetzt erstmal eine Hütte. 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 Ach, Mist. Nee, eine reicht. Können ja nicht mehr bauen. So, bam. Direkt neben die Kneipe. Hier kommt der beste Kunde rein. Genau, ich sehe... Durch die Brille sehe ich aber auch nur schlau aus, ne? Wusstet ihr, dass es ein Musikstück namens Klang der Ewigkeit gibt? Es können Jahre vergehen, bis ein Ton sich ändert. Gesamtdauer des Stück 639 Jahre. In halber Stadt spielt ein Orgel das Stück. Was? Wo hast du das denn her? Also, wo hast du das gehört? Seven Days to Die. Die gab es plus eins auf Intelligenz. Genau. Ich habe plus eins auf... 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 Auf Intelligenz habe ich... Ach, vergesst es, was ich sagen wollte. Es ist dann zu sehen, der Singer... Singen. Wir haben eine sehr gute Zeit. Wir haben eine sehr gute Zeit. Na, wir haben eine sehr gute Zeit. Wir haben eine sehr gute Zeit hier. In Ranger Fort. Und danach, wir werden unsere Muskeln pumpen. Get ready for the Terminator. So, jetzt haben wir aber auch hier genug Sprenzkits gemacht. Wir müssen uns mal konzentrieren. Wir brauchen Money in the Bank. Wie bekommen wir Money in the Bank? Enables Text Collection in the Region. Medium Village. Ah, wir müssen zwei, drei Stück nach... Alter. Wir müssen ein Medium Village werden. Moment, sind wir ja. Wir nehmen ein Settlement Level. Medium Village. Wir sind ein Medium Village. Vielleicht müssen wir erstmal unser Haus bauen. Und dann wird das freigeschaltet. Dorfbewohner verkaufen. Falsches Spiel, aber guter Ansatz. Wo ist denn hier vorne und hinten bei dem Ding? Oh, guck mal. Das wird auch richtig dynamisch mit reingepackt. Gut, das sieht ein bisschen aus wie so eine Jal-Festung. Oh. Ist doch falsch rum. Okay, ich kann die nicht... Ich kann die noch nicht andersrum setzen. Weil das ist ja hier innen. Heißt aber auch... Nee. Hä? Oder ist das richtig rum? Mauer falsch rum? Wie kann ich denn eine Mauer falsch rum bauen? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Weil ich erst den Turm bauen. Dann die Mauer. Let's give it a try. Nee. Geht überhaupt nicht. Also es sollte eigentlich keine Schauseite geben. Ich glaube, das ist einfach vollkommen egal. Nö. Aber es muss ja mit der Straße verbunden werden. Nee, der Pfeil zeigt nach außen. Das ist definitiv außen. Aber was ist, wenn wir das so bauen? Okay. What the hell? What the hell? Wir ziehen eine ganz normale Seite. Mach mal hier ganz was Einfaches. Geht nicht. Das heißt, wir bauen jetzt mal in die andere Richtung rum. Kann sein, dass das vielleicht noch ein bisschen verbuggt ist. Ich hoffe, dass der Text-Collector da nicht davon abhängt. Nee. Der will immer nach innen bauen. Ja, genau. Drecksspiel. Das schon. Also. Wir brauchen. Wir müssen in die andere Seite schauen. Weil das ist nämlich dieser. Road Connection Point. So wird es gehen. Psst. Wollen wir hier weiter? Kann sein, dass das noch ein bisschen buggy ist. Er will halt immer nach innen gehen. Nee, wir können das Tor nicht zuerst bauen. Innen eine Road... Nee, ich glaube, innen muss keine Road Connection hin. Das muss nur nach außen verbunden sein. Man kann es halt nicht drehen. Können wir es vielleicht platzieren? Ich glaube, so ist der verbunden, oder? Ich mache den nochmal weg. Da, der kloppt sich da einen Punkt dran. Also es sollte funktionieren. Da haben wir gemacht. Die ist egal mit der... Das ist egal gewesen. Remove. Remove like Jagger. Ups. Hoppala. Wir bauen trotzdem jetzt einfach mal hier so... Ich baue jetzt einfach mal hier so einen Turm hin. Also Turm. Ich baue jetzt einfach mal hier unseren Palast rein. Wo der Pöbel nicht drankommt. Dieser dumme, dumme Pöbel. Wo ist denn hier das Ende? Ah, verbaut. So, dieser unnötige Pöbel. Dieser... Ja, 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 ja. Also. So. Nee, das ist keine Stadtmauer. Das ist... Das ist eher sowas wie ein Sichtschutz für unseren Herrscher. So könnt ihr euch das mehr vorstellen. Weg deiner Straße bringt, wie gesagt, nichts. Wir machen über die Straße hinaus. Nee, also sie sollen ja auch nicht durch unsere Haus durchlaufen. Wo kommen wir denn da hin, wenn die beim König noch durchlaufen? Boah, Frechheit ist das ja. Was ist denn eine Frechheit? Aber so ein Jahr geht echt lang, ne? Nee, aber die sollen mir nicht in die Unterwäsche gucken. Work Area Empty. Ja, dann, ne? Abhauen. Brauchen wir jetzt gerade niemanden. Ein royaler Rumtreter. Genau. Machen wir kurz hier ein bisschen... So, da haben wir nämlich eine neue Familie bekommen. Dann können die jetzt anfangen... Aber Holz wird echt langsam hergestellt, ne? Wird ihr sich wirklich Mühe geben? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. So sieht's aus. Das ist ja alles nur... Das ist alles nur in eurem Kopf. Und ich hoffe, dass wir dann... Oh, Männerhaus. Okay. Naja. Es handelt sich hier um einen Raumtrepp. Genau. Auch sehr bezeichnend, dass der Ranger am Tag der Einheit Mauer anbaut. Äh... Das ist nur History Lesson. Das ist alles. Wir wollen hier nur eine Geschichtsstunde machen. Alles andere ist Lüge und Propaganda. Ah, dieses dynamische Dörfchen. Also wir sollten das hier oben auf jeden Fall erstmal priorisieren. Das sollte mit höchster Priorität gebaut werden. Und wir werden jetzt Folgendes tun. Durch die Mauer laufen. Ja, sie haben richtig gesehen. Ich bin nämlich von Gott gewählt. Das hier ist mein Feld. Auf diesem Feld darf ich drüber laufen. Und treten. Er ist aber weitläufig hier. Holt nicht mir und freut euch. Euer Herrscher ist da. Hallo. Freut ihr euch, dass ich da bin? I am the Manor Lord. Warum? Guck mal. Hier ist ja auch ein Zaunautomatstrom. Das hätten sie beim Manor, äh... Aus auch so machen sollen. Eine Gruppenlatrine. Das ist vielleicht auch eine Gruppenlatrine. Da wächst aber auch richtig was drauf, ne? Hat was von Kimling Come Deliverance. Ja, ein bisschen. Wie als Strategiespiel nur. Schnell, versteckt ein Alkohol. Der Herr kommt. Sir Marty McFitt. Was hast du so anzubieten? Dreh dich nicht weg von mir. Wer haben wir denn noch da? Dreh dich auch nicht weg von mir. Gib mir dein Schwein. Und das Brot. Und Salz, oder was es ist. Aber der Charakter passt sich noch nicht an. Vom Aussehen her. An euch. Also der ist noch generisch. Der sieht bei allen gleich aus. Unabhängig von dem hier. Legacy View Locked. Ich mache mir echt Sorgen um die Steuer, ne? Ich sehe schon, dass wir pleite sind. You have... You haven't paid your taxes. The Royal Taxes. Baut schneller. Baut mir meinen Hof. Und danach baut ihr mir Schuhe. Alle kommen sie. Von nah und fern. Guck mal. Wie eine Spinne im Netz. Ist unser Herrscher. Wie eine Spinne im Netz. Du baust dort drüben. Und du wirst da bauen. Und danach baust du noch dort. Oh. Überall wird hier gebaut. Überall. Überfall. Diese Selbstversorgung, ne? Die ist sowas von super. Die Eigenschaft Riese ist mit dabei. Genau. Der Charakter sollte am Anfang wirklich nicht so krass aussehen mit seinem Kuhdorf. Ja gut. Einerseits ist es, wie gesagt, Demo. Vielleicht wird das hinterher noch anpassbar sein. Aber, äh, ne? Er ist ja vom König beauftragt worden, hier ein Dorf zu bauen. Vielleicht hat er ja das nötige Geld. Dorfbewohner ansprechen und Quests in seinem eigenen Dorf machen. Ja, das wäre jetzt wild. Aber, aber als, als Herrscher Quests mit seinem eigenen Dorf? Weiß ich nicht. Ich würde ja von meinem, von meinem, äh, von meinem Volke keine Quests annehmen. Ich würde dem Volk sagen, so, ihr, ne? Ihr werdet jetzt alle mal, äh, wegtreten. Und dann wird hier mal geguckt. Wer mir am meisten huldigt. Ei, ei, ei. Kann sein, ich bekomme hier Benachrichtigungen bei mir auf dem Handy. Jetzt gerade wird wahrscheinlich, ich, ich sehe es ja nicht, ne? Aber die Männerlord-Kategorie wird wahrscheinlich übelst geflutet, gerade, ne? Mit sämtlichen Personen, die irgendwie, irgendwie ein Key bekommen haben, oder? Ich habe das Gefühl, jeder spielt gerade das Spiel. Es sind fünf Schafe ausgebrochen. Könnte ich sie wieder einfangen? Ah, no. Ach, stimmt. Bist ihr selbst der Questgeber? Genau, wir geben den Quest. Corderoom wie Bittsteller, komm. Das wäre cool, Bittsteller. Und dann kommt man, dann baut man hier sein Männerhaus oben hin. Und dann, äh, kommen die ganzen Bittsteller vorbei. Städtebauteil, der mir in Kingdom Come Deliverance immer gefehlt hat. Interessanterweise nur die deutsche Aufbau-Strategie-Community. Ja, wie immer also, ne? Deutsche, deutsche Aufbauer. Das ist mir jetzt sehr häufig in der Bubble angezeigt. Okay. Was für ein Freund. Heidi Gax, du gehörst hier zum Inventar. Du musst hier bleiben, tut mir leid. Mit den ganzen Grundstücken gibt es bestimmt Grenzdisput. Das wäre cool, wenn sie das mit reinbringen würden. Also bin ich ehrlich. Das, das hätte schon, das hätte schon was. Wir wollen noch mal eine Work Area setzen. Komm, wir fällen einfach mal dem, fällen dem Herrscher einfach mal das ganze Holz vor der Hütte weg. So, hier. Mach mal da weiter. Beschleunige einmal kurz. Ich will nämlich mal schauen, ob das funktioniert mit der Hütte. Storage Limit Reached. Wo denn? Hier. Ja, aber dann können wir doch nicht zu wenig haben. Das ist ja nicht möglich. Das ist ja gar un- un-un-fantast-taglich. Ich glaube, wir müssen auf 10 runtergehen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen jagen jetzt für den Winter. Erstmal ein Dominostorn auf unseren Vogt. Eure Herrlichkeit. Welche Periode des Mittelalters? Nee, das weiß ich leider nicht. Wir brauchen immer noch. Ja, okay. Um die Werkzeuge können wir uns jetzt gerade noch nicht kümmern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist für, äh, für Level 2. Dass man dann schon komplett Clothing-Prozess haben soll und Entertainment-Prozess. Das heißt, man muss ja jetzt hier schon komplett die Schaf-Produktion, die Wolle-Produktion und Bier-Produktion samt Taverne haben, ne? Elendervo, grüß dich. Entry Limit Reached. Also es sind halt wahrscheinlich doch viele online. Die klauen alle das Konzept von Ranger mit seinen Frühstück-Streams. Nee, also aber wahrscheinlich wird es diese Woche dann keinen Dienstagabend-Stream geben, wenn wir jetzt heute am Montag online sind. Ich glaube, wir werden dann wahrscheinlich erst am Donnerstag wieder online sein. Können ich mir gut vorstellen. Eine Abmahnung. Direkt verklagen. Genau. Das ganze Holz? Ich weiß es nicht. Vielleicht... Warte mal. Wir packen noch eine dritte Person da rein. Patent drauf anmelden. Das heißt, bloß, du willst dich ausruhen. Ich weiß auch nicht, was da mitkommt. Klotz bist du in der Demos Goldverdiener abgeschaltet. So komme ich mir ein bisschen vor, ne? Das heißt, Dienstagabend spiele Ranger das Gaming und träumst für sich alleine. Nee, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich werde dann wahrscheinlich erst wieder Donnerstag zocken. Suchtberatung anrufen. Irgendwas? Das müsste noch ein klein wenig fixer gehen. Moment. Hey, give us a hand over here. Moment. Ist das jetzt... Warte mal, ich beschleunige mal. Oh! Die Messe! Die Messe! Die Messe geht los. Freut ihr euch auch alle so? Ich bin da. Frau GMS, grüß dich. Und so was kämen denn erscheinen? Das steht noch nicht fest. Aber um 19 Uhr wird eine Demo heute verfügbar sein. Das steht auf jeden Fall fest. Lass mich rein! Da ist eine Kuh anscheinend drin. Oh, man kann reinschauen. Da ist ja gar nichts los. Das ist eine Lüge. Ha! Ich bin drin! Oh, Gottes Willen! Sicher, dass das eine Kirche ist und nicht irgendwie ein dunkler Altar? Ich bin drin! Der schwarze Schleier. Er ist so maulig warm um meine Seele. Es wird Zeit! Oder? Hey! Hoch! Hoppala! Ich gehe mal hier dran vorbei, ne? Der Herrscher kann durch Mauern gehen! Ah! Der Herr... Er verfolgt uns! Um Gottes Willen! Die Tür ging auf! Hei, hei, hei! Es schneit! Ui, ui, ui! Ich will den Job auf den Scheiterhaufen. Der Graf von Monteranger. Es schneit! Winter is coming! Habt ihr das Geräusch gehört? Das Horn? Greifen uns da jetzt welche an? Was kam hier aus der... Oder ist der Kult doch zu uns gekommen? Winter ist da! Oh, wir haben wieder genug Essen und Nahrung. Die Orks kommen. Oh, und ist auf dem Vormarsch. Genau. That's the thing. Aber vor allem die Musik hat sich angepasst. Guck mal, die Musik hat sich wirklich angepasst. Setzt euch, Kinder, setzt euch. Ich erzähle euch heute eine Geschichte von einem kleinen Dorf. Dieses Dorf, es etablierte sich langsam, es baute sich langsam auf. Es wurde größer und größer unter dem Herrscher Ranger-Lord. Manche sagten, er sei der wahrgewordene Messias. Andere sagten, er wolle nur sein Reichtum steigern. Doch insgeheim wusste jeder, dass der schwarze Dämon in der Kirche voll liegt und versucht, ein Dorf aufzubauen, in dem eine Sekte... ...eine Sekte... ...etabliert werden kann. Die Dorfbewohner waren tapfer. Und selbst im Winter schafften sie es irgendwie... ...zu überleben. Doch dann... ...dann kamen die Herrscharen der Orks und fielen über unser Dorf hinein. Oh Gott, das ist mir zu gruselig hier. Uiuiui. Ich finde es gut, dass die Sonne scheint, während es schneit. Wo scheint denn die Sonne? Ja, aber wenn es schneit ist, ist es ja nicht dunkel, oder meinst du das ernst? Ich muss es... Manchmal ist es schwierig zu sehen. Ist es Ironie oder ernst? Einige sagen, er hat auch nur eine Meise. Eine Meise und eine Amsel. Alles hat er sich hier versammelt. Wegen der Schatten. Was ist so das, meinst du? Ob der Fluss einfriert? Also dafür muss es ja schon richtig kalt sein, damit ein Fluss einfriert. Man sieht einfach nichts mehr. Hier ist einfach nur Nebel. Nee, er friert nicht. Wir können auch hier lang spazieren gehen. Manchmal ist es als Herrscher schwer. Trifft man die richtigen Entscheidungen? Hat man alles gegeben für sein Dorf? Doch dieses Dorf... Es vergisst einen viel zu schnell. Ich mache gerne einen Spaziergang am Bach entlang. Überlege mir... Was kann ich fürs Dorf tun? Nicht immer nur nehmen. Nicht immer nur den König geben. Oder vielleicht doch... Gegen den König? Gegen den König vorgehen? Nein. Wir sollten uns weiterhin... Offen und ehrlich ihm gegenüber zeigen. Loyalität ist wichtig. Denn ja auch ich möchte, dass mein Dorf dort oben in den Bergen loyal mir gegenüber bleibt. Doch was bleibt? Sollen wir ewig warten? Zeit. Zeit, die da hinrennt. Zeit wird ewig und doch ist sie das, was am schnellsten vorbeigeht. Diese Zeit wird knapp für uns, obwohl sie ewig ist. Ich werde meine Entscheidung fällen. Und im Wohle meines Dorfes handeln. So, guck mal. Hier, ne? Da haben wir es doch geschafft. Da haben wir doch direkt Roleplay mit reingebracht. Geistiger Zusammenbruch. Er hat außerdem kritischen Misserfolg gewürfelt. Er bringt sich selbst um. Die Lungenentzündung kann tödlich sein. Das stimmt. Ich glaube, das ist kein Horn. Ich glaube, draußen ist tatsächlich jemand am Rasenmähen. Am Wochenende. Also zum Feiertag. Wer mäht denn am Tag der deutschen Einheit Rasen? Kannst du auf dem Wasser laufen? Ja, aber das ist meine eigene Eigenschaft als Ranger, weil ich Messias bin. Alter, hier ist einer am Bohren. Brennt euch der Helm? Also jetzt kommt hier Allmann Ranger durch. Jetzt kommt hier Allmann Ranger durch. Wer bohrt denn? Wer bohrt denn? Wer bohrt denn am Tag der deutschen Einheit? Ich glaube, ich spinne. Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen kostet bis zu 50.000 Euro Bußgeld. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, glaube ich, richtig, ne? Das ist, glaube ich, das ist doch am höchsten Feiertage der Deutschen. Ich reiß die Mauer ein. Hat man doch eh nicht einen Tag Zeit. Feiertag ist heilig. Anzeige ist raus. So sieht's aus. Das kann schön verbohrt sein. Gebt an dem Tag der Deutschen Einheit bestimmt eine Sondergenehmigung, wenn du in der Wohnung einzureißen. Dass mir dieser Witz nicht eingefallen ist, das tut mir jetzt ein bisschen im Herzen weh. Übrigens, falls ihr nicht wisst, welche Sachen man automatisch ziehen kann, dieses Viereck hier oben ist das Zeichen dafür. Hier, wenn so ein Viereck dabei ist, dann könnt ihr das dynamisch reinfügen. Die jagen den Motor hoch? Dass die überhaupt an der Kfz-Werkstatt heute arbeiten? Heute arbeiten dürfen? Soll verboten werden. Haben die im Winter alle keine Lust mehr? Man kann auch im Winter Bäume fällen. Ich will's nur mal sagen, ne? Wo nicht glatt ist, darf gerannt werden und Schnee ist nicht glatt. Gott, was macht ihr mit dem Ochsen? The farming building in the region. Die arbeiten immer im Ruhetal, kennen die nicht. Arbeiten die auch sonntags? Ja, das ist ja eine wilde Sache. Genau, hält ja auch warm. Ist so. Dann kann es sich auch mal ein bisschen Mühe geben, ne? Ich finde diese dynamisch anpassende Musik einfach herrlich. Wo Eis ist, wurde auch schon gestreut. Daher kann auch darauf gerannt werden. Das ist unser, dies ist unser Herrschaftsgebiet. Leute von Rangerfurt, hier spricht er, euer Graf, Sir Ranger-Lot. Auch im Winter, wenn es kalt ist und die Wölfe heulen, werden wir zusammenhalten. Wir werden uns gegenseitig wehren. Wir bauen unser Dorf auf. Wir sammeln und stehen füreinander ein. Denn nur so können wir Rangerfurt zu dem machen, was es sein soll. Ein Ort des Handels. Ein prosperierendes Gebiet, in dem wir gemeinsam für uns einstehen. Und für mein Geld. Für meine Taschen. Alles in meine Taschen. Oh, Mist. Der letzte Satz, der sollte eigentlich nicht über das Mikrofon rausgehen. Ups. Graf Ranger vom Berg. So sieht es aus. Guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Guck mal, auf den landet sogar Schnee. Guck mal, wie lange stehst du denn rum, dass du zuschneißt? Guck mal, wie lange stehst du denn rum, dass du zuschneißt? Cool. Aber jetzt merke ich, dass bei Schnee geht der Rechner ein bisschen nach oben. Ein Blatt fehlen für 100 Bits. Für ein kuscheliges Dorf. Juhu. Ich verstehe nur noch nicht so ganz diese wie, was, wann, wie, wo rausgezogen wird. Wir haben drei Stück, aber ich habe das Gefühl, dass sich trotzdem nicht unser Verstand erhöht. Kriegen wir da noch einen? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir müssen dafür wahrscheinlich noch ein paar Ochsen holen, ne? Dann würde es wahrscheinlich gehen. Na komm schon. Okay, das... Also, ich bin ja ein großer Fan von dynamisch an, äh, an Jahreszeiten angepassten, ähm... Sounds. Gucken wir mal, ob wir vielleicht auch schon hier... Oh, da ist eine Handelsroute. Uh, Routos del Handel los. Eieieiei. Aber wir haben ja dafür keine Ressourcen. Vor allem verstehe ich Leute nicht, die anscheinend dann so blöd sind, ein Loch in der Wand zu bohren. Und dann stattdessen... Wer bohrt denn so lange? Da brennt der Bohrador durch, ey. Ein Miet-Ochse für jeden Dorfbewohner. Ja. Ist auch die Abkürzung. Miet-Ochse. So heißt der. Also, das Größte, was ich eigentlich immer noch am wenigsten verstehe, ist dieser Bereich. Procrastinating. Prokrastination. Willst du mich veräppeln? Sag mal, kann ich den auch dazu bringen? Der soll nicht faulenzen? Arbeit aufschieben? What the fuck? Die Leute schieben Arbeit auf. Da ist eine Mauer. Gut. Klar, dass du die Arbeit aufschieben. Ja, die Mauer ist schön, ne? Ja, ist immer nur eine Mauer. Vielleicht findest du die Tür. Ja, oder du läufst einfach durch die Mauer durch. Das geht auch. Über 8.000 Leute schauen das Game. 95% im deutschsprachigen Bereich. Das ist halt das deutsche Spiel, ne? Ist die Jahreszeit global gesinkt, oder ist es Zufall, wenn woanders jetzt auch Winter ist? Äh, nee, das ist nur im Spielstand. Also, wenn jetzt bei jedem anderen Winter ist, dann ist das ein reiner Zufall. Können aber auch sagen, Unlimited. Vielleicht ist Unlimited ein bisschen besser. Guck mal, das hat sich automatisch gedreht. Das war anscheinend ein Anzeige-Bug. Jetzt ist es richtig rum. Jetzt ist es richtig rum. Scheint ein Anzeige-Bug gewesen zu sein. Guck mal, wie der Weg auch, wie der Weg weiterhin plattgetrampelt bleibt und das Schnee dann links und rechts sich schön anhäuft. Sogar hier drin. A people? Alter, die sind alle am... Going inside. Waiting. Waiting? Entschuldigen Sie. Hier spricht die Herrscher. Lassen Sie mich rein. Aha. Hier ist niemand. Sie haben bestimmt ein Loch gegraben. Hier muss ein Loch sein. Ich weiß es ganz genau. Ich lauf durch Wände durch. Haben Sie das gesehen? Legen Sie sich nicht mit den von Gott erwählten Herrschern an. Sieht ein wenig nach Eis aus auf dem Weg. Ja, die Pfützen sind halt jetzt eingefroren. Also es sieht zumindest so aus, als wenn der Bereich, wo die Pfützen vorher waren, jetzt eingefroren sind. Sieht auch so aus, als wenn... Als wenn die Reflexion mit dabei ist wieder. Das ist definitiv Eis. Cool, ey. It's cool, man. Überzeugt mich bislang. Die Bewohner haben aber auch was von Stasi. Jeder guckt, dass der andere auch weiterhin treu dem System dient. Ich sehe keine Achtung, Rutschgefahr, Schilder. Ja, wir haben eine Versicherung. Die nennt sich Henker. Dieser rote Mantel, der plötzliche Schein aus der Luft. Bist du der Teufel? Äh, wir sind tatsächlich die Reinkarnation von Goethes Faust. Ja. Aber von der rechten Faust. Psch. Da geht er... Oh, wie... Oh, wie cool sieht er bitte schön das? Dieser Schneewald. Vor allem, dass hier im Wald kein Schnee so krass liegt, weil da irgendwo drüber die Baumwipfel sind. Das ist so ein richtig krasses Detail. Und der Hirsch, der einfach da stehen bleibt neben einem. Das sind halt Haushirsche. Wohin gehst du, Kollege? Hört mal. Die Schritte. Was ist cool? Ups. Aber da steht richtig gut. Wishlist on Steam. Das steht hier unten. Wenn euch das Spiel gefällt, dann macht man wirklich eine Wishlist dazu. Sehr gerne. Das unterstützt nämlich die Entwickler, weil das bei Steam anzeigt, dass das Interesse hoch ist. Und damit wird das Spiel automatisch promotet, sobald es released. Deswegen gerne eine Wishlist dazu. Lass uns mal durch den Wald durchlaufen. Kann es sein, dass die Musik auch leiser wird, wenn man durch den Wald durchläuft? Alter, es könnte auch eins zu eins ein Horrorspiel sein. Da hinten wollen wir hin. Da hinten wollen wir hin. Hier kann man durch. Kommt in den Wald rein. Ah, eine Mauer. Kann man nach oben laufen und... Da sind wir wieder im Wald. Jetzt habe ich Lust auf Winter. Winter Wonderland. Schlittfahren. Wenn wir es jetzt ganz hart wollen. Wo war der Winter vor 40 Jahren? Gibt es eigentlich schon wild? Ja. Alter, wie tief liegt denn der Schnee? Nee, hier. Stell euch mal vor, ihr lauft mitten durch den vereinsamsten Wald überhaupt und auf einmal seht ihr mitten im Wald eine Person durch den Schneestapfen mit so einer roten Kutte. Komplett unbefangen von Schnee oder Ähnlichem. Da wisst ihr auch. El Diavolo. Der Winter vor 40 Jahren. Schöne Reise noch. Ja, er macht sich jetzt auf den Weg. Ich habe keine Lust mehr auf Herrscher sein. Ich will noch einmal kurz hier vorne schauen. Ey, guck mal. Das könnte 1 zu 1 ein RPG sein. Ohne Mist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, okay, wir müssen jetzt bis da vorne hinlaufen und dann eine Quest erfüllen. Ja, komm, wir erfüllen eine Quest. Bis wohin sind wir jetzt eigentlich gelaufen? Wir sind schon ein Stück weg gewesen. Hier ist Ranger Furt. Ihr habt doch hoffentlich alle überlebt, oder? Das Holz, es wurde kein Holz mehr gefällt. Was ist denn los mit den Leuten? Going inside. Arbeiten die nicht im Winter, oder was? Aber das wäre schon krass. Also es geht ja relativ lange, der Winter. Also so Monatszeit. Wir haben ja jetzt erst Januar. Wenn die in der Zeit nicht arbeiten... Ich finde, man kann ja immer noch Holz fällen im Winter. Ich hätte auch gerne mal wieder so einen schönen Winter. Der Winter ist die Saison für das Fällen. Okay, Sonntagswatcher hat Ahnung davon. Das heißt, es sollte eigentlich richtig sein. Winter stinkt? Was? Winter ist die beste Jahreszeit. Und mein... You can't change my mind. Feuerholz sammeln. Vor allem auch für die... Für die... Bäume, ne? Aber jetzt erstmal wieder freche Eigenwerbung. Wenn ihr neu hier seid und ihr Strategiespiele gefallen, lasst gerne und follow hier. Denn hier kriegt ihr alles rund um Strategiespiele. Von A wie Aufbau bis Z wie Zerstörung. Anno haben wir eine Partie am Laufen. Phasis Frontier haben wir gespielt. Mana Lords wird definitiv bei uns auch weiterhin auf dem Schirm stehen. Aber auch Paradox Interactive und andere Preview-Spiele haben wir hier. Also lasst euch das nicht entgehen, Leute. Lasst euch das nicht entgehen. Ich bin echt begeistert bislang von der Grafik. Ich habe schon einen hier gelassen. Der Huxi, finde ich, ist zu spät. Wenn man einmal hier gefangen ist, dann ist es zu spät. Dann kommen wir auch nicht mehr raus. Die Holzwelle haben mittlerweile wieder ein Unlimited Work Area von uns bekommen. Hier fehlt Jurassic World und Planet Zoo im Portfolio. Planet Zoo bin ich zu unkreativ für. Ich spiele die gerne, für mich, aber ich bin da zu unkreativ für. Ich hätte die gerne, ich würde die gerne besser spielen können. Aber Jurassic World wäre zum Beispiel möglich. Zu spät, okay. Kann sein, dass es vielleicht noch ein bisschen verbuggt ist, dass sie deswegen nichts mehr sammeln. Weil also, dass jetzt wirklich gar kein Timber mehr dazu kommt, ist schon relativ ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Maltran, vielen Dank für deinen Sub. Dank dir. Zwei Monate mittlerweile, Dankeschön. Man sieht keinen Qualm aus dem Schornstein. Doch, doch, den sieht man immer mal wieder. Also momentan ist anscheinend hier kein Qualm, aber hier war auf jeden Fall schon Qualm. Die haben nur vielleicht gerade jetzt nichts am Laufen. Können wir ein bisschen voran machen. Ich will nämlich einmal schauen, ob wenigstens irgendwie Holz wird immer noch gesammelt. Also Feuerholz immer noch. Nur Timber nicht. Ne. Timber nicht. Travel gerne bei dir. Ist einfach geil bei dir und bei der geilen Community immer gerne dabei. Vielen lieben Dank für die netten Worte. Dankeschön. Du weißt, dass du aus dem Wald kommst, wenn du Timberbohren bist. Manuell zuweisen. Haben wir auch schon gemacht. Also hier liegen, es liegen ja Baumstämme sogar auf dem Boden, ne? Wir weisen mal hier zu, weil da liegen ja Baumstämme sogar noch. Aber vielleicht, weil es zugeschneit ist. Weil hier ist ja relativ tiefer Schnee. Vielleicht kriegen die das nicht weggepullt. Ich habe jetzt nochmal manuell zugewiesen. Wir beschleunigen nochmal kurz die Zeit. Hier arbeitet auch keiner. Hier. Die warten. Die warten. Die haben im Winter keine Lust Holz zu fällen. Ich glaube, das ist ein Bug. Weil für den Release sollte das geändert werden. Meiner Meinung nach. Weil sonst, wenn wir nicht genug Holz gesammelt haben in der Zeit, können wir halt nicht bauen. Dann stehen wir drei Monate hier rum. Vielleicht können sie hier Baumstämme wegen Ochsen. Ich glaube nicht immer wegen Ochsen. Ich glaube einfach, weil der Schnee zu dicht ist. War zu gefährlich. Aber eigentlich müsste da trotzdem... Also, ich meine, wenn ich hier so schaue, das müsste ja gefällt werden können. Könnte Absicht sein. Weiß einer, ob früher im Winter auch Holz gesammelt wurde? Im Mittelalter? Zeitaufwendig. Ja, ja, klar. Weil sie sind immerhin drei Minuten Action. Cool, oder? Wow. Ich finde das schön. Soweit ich mich erinnere, mehr Heimarbeit. Mehr im Heim gearbeitet wurde und Hobbys nachgegangen. Ich glaube schon, dass das alles berücksichtigt wird im Spiel. Das hat schon einen relativ hohen Anspruch an sowas. Mann, das sieht auch cool aus. Das ist es, unser Dorf. Wisst ihr, was jetzt richtig schade ist? Wisst ihr, was richtig schade ist? Wenn man das hier später beendet, wird dieses Dorf nicht gespeichert. Das Dorf wird nicht gespeichert. Das ist ein bisschen schade bei der Demo, weil man dann halt nicht eine Stunde mal eben am Abend spielen kann und dann am nächsten Tag weitermachen kann. Sondern es gibt kein Speichern und Laden in der Demo. Das ist ärgerlich. Willst du hier reinbauen? Die Steuern des Königs. Das ist halt nur das große Problem wegen dem Holz, ne? Ranger Furt. Das Dorf, das vergessen wurde. Aber ich glaube, wir können die Wette auszahlen, weil im Winter werden wir überleben. Also da sollte nichts inzwischen nicht zwischenkommen. Da kann gar nichts zwischenkommen, weil wir von allen genug haben. Oh, mittlerweile ist es hier sogar schon voll. Wir haben bis auf den Frühling gewartet. Spiel und PC anlassen wir am nächsten Tag weiterspielen. Ja, aber heutzutage im PC anlassen, da hat man ja auf jeden Fall schon wieder die Vollversion vom Spiel gekauft hier. Extra Gebäude für Timba? Ne, ne. Das ist das hier. Also das Logging Camp. Ganz alleine. Der Balrog? Okay. Wusste ich nicht, dass der noch da zusätzlich kommt. Okay. Da haben wir auch schon Februar. Ich werde das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Guck mal, jetzt wird es auch klarer, wie das aussieht. Ey, ohne Mist. Ohne Mist. Geh mal aus dem Dorf weg, weil daran erkennt man es vielleicht noch. Wenn mir das hier einer hinhalten würde, würde ich denken, das wäre ein reales Bild. Ohne Mist. Hier hinten gibt es vielleicht ein paar Sachen. Oh, da hinten ist so ein kleiner Grafikfehler. Da hinten verschwinden die Bäume. Also wenn man im Detail guckt, dann vielleicht. Aber sonst, jetzt so von oben hier. Zack. So ein Bild. Ich sage, da erkennen die wenigsten drauf, dass es nicht echt ist. Auf dem Handy sieht es aus in der Webcam-Übertragung. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Also ohne Mist, ich frage mich das. Wirklich. Weil die Unity-Engine ist ja eine Engine, die viele, viele, viele Spieleentwickler nutzen. Aber hier? Also. Ich bin hin und weg. Und umso mehr freue ich mich auf den Full-Release davon. Claro, grüß dich. Ist es schon soweit? Nee, nee, das ist jetzt erst mal nur die Demo. Das ist jetzt erst mal nur die Demo. Unreal Engine 4, genau. Die Unreal Engine 4, die meine ich. Ähm, aber Unreal Engine 4 haben ja auch viele. Das ist ja die von, äh, von Epic. Natoris, grüß dich. Kann man das Spiel mit Phasis Frontier 1 zu 1 vergleichen? Nee. Das ist ein anderer Ansatz. Also 1 zu 1 vergleichen kann man es, glaube ich, sowieso nicht. Ich glaube, das Einzige, was man vielleicht mit 1,5 zu 1 vergleichen könnte mit Phasis Frontier, wäre Banished. Das Spiel ist schon an sich eigen. Also man baut zwar ein Dorf auf, ist relativ dynamisch wachsend. Was ja bei Phasis Frontier auch versucht wurde. Aber das hier ist, äh, ja. Krass. Und wisst ihr, was ich jetzt die ganze Zeit in meinen Gedanken habe? Also ich vergleiche es ja, ich habe es ja mit, äh, mit Phasis Frontier verglichen im, äh, Titel. Für mich sieht jetzt gerade, im Gegensatz zu der Grafik, und ich weiß, dass ich dem Spiel Unrecht tue, für mich sieht gerade Phasis Frontier in meinen Gedanken aus, als hätte ich Pixelbrei. Obwohl es nicht so ist. Aber es ist in meinen Gedanken gerade drin, nachdem ich das hier sehe. Ich war noch nicht... Ich war noch nicht so begeistert davon. Das ist krass. Einfach nur krass. Hier sind übrigens wieder die Sachen am Dampfen. Also, äh, der Rauch hat wieder eingesetzt. Komm, hier oben ist das Loch. Obwohl es dann rauskommt. Da kann man reinschmuten. Richtig cool. Das ist der Februar gleich vorbei. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da ist aber noch mal rot mit der Nahrung. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Die Leute da sind aber abend, da ist nichts im Haus drin. Wir haben im März. Der Winter ist überlebt worden. Der Winter ist überlebt worden. Gaius, grüß dich. Hi. Nee, alle haben den Winter überlebt. Alle haben den Winter überlebt. Und jetzt gucken wir mal. Arbeiten die jetzt wieder? Waiting. Procrastinating. Going inside. Ja, alle am waiting. Waiting, waiting, waiting. Task ID 152. Vielleicht ist es auch einfach gerade verbuggt, das Logging Camp. Mir macht Spaß, ja. Mir macht Spaß. Wann kommt der Mana Roads raus? Das weiß man noch nicht. Das weiß man noch nicht. Mist. Haha, alle die Punkte verwechselt. Äh, vergessen. Ich glaube, es ist verbuggt. Kann das sein? Ja. Kann das sein? Kann das sein? Hm. Weil alle anderen haben weitergearbeitet. Ich glaube, wir können sogar Ping Window sagen. Porco, grüß dich. Neu besetzen? Ja. Das ist eine gute Idee. Let's go, people. Ne. Warum nicht? Ich weiß, wenn ich hier sage, da mal fällen. Felling the tree. Okay, wenn wir es voll reinpacken, dann geht's. Aber wenn wir den automatischen Bereich zuweisen lassen, dann nicht. Warum kann man die denn hier nicht fällen? Kann man die nicht fällen, weil die dem Förster zugewiesen sind? Kann man das vielleicht nicht machen? Das ist ein Pausezeichen. Ne, das haben wir nicht gemacht. Unlimited Work Area. So. Bewegt euch mal. Jetzt haben sie zum Beispiel Unlimited Area. Jetzt machen sie es auch. Okay. Es kann sein, dass es vielleicht ein Bug war. Mein Eindruck, es ist eines der geilsten Aufbauspiele, die wahrscheinlich seit Jahren rausgekommen ist. Allein die Detailtiefe ist so unfassbar. Guck mal, wie detailreich diese Personen hier alle aussehen. Das ist halt einfach, als wenn es Kingdom Come Deliverance wäre. Und es ist unfassbar realistisch auch angehaucht. Und dynamisch wachsende Städte und so weiter und so fort. Es war kein Baum drin, der ausgewachsen war. Ah. Aber da müsste man noch eine Option haben, dass man nur ausgewachsene fällen möchte. Aber wie gesagt, es ist Demo von Early Access. Tech Demo. Jetzt lassen wir mal ein bisschen. Unlimited Area ist auch besser als eine Ranged Area. Woah. Boo. Boo Sonntags Watcher. Boo. Böse, böse, böse. That's not what I wanted. Ei, 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 ei. Schaut nach, ob man Bots bauen kann. Genau. Jetzt sollten sie wieder anfangen, da oben zu bauen, ne? Wir können jetzt hier nochmal eine Familie zuweisen. So lange ist er nicht mehr. So lange ist er nicht mehr. Ja. My Personal Territory. Minus 5. Huch. Haben wir schon einmal verpasst, die zu bezahlen. Hoppala. Jetzt hören sie wieder auf. Going somewhere. Es kommt kein Holz mehr rein. Na ja. Euer Eindruck von Manor Lords. Wie ist euer Eindruck? Auf der Skala von 1 bis 10. Eins ist das... Ja. Ist kacke. 10 ist... Überragend. Wo würde der Spiel jetzt einreihen? Damit wir viel nachlos weitermachen können. Genau. 15 von 10. Ja. Okay. 3. 7,5. Viele 10 mit dabei. Also ich persönlich würde wahrscheinlich sagen... Jetzt haben wir ja viele Meinungen gehört. Oh. Wann jetzt los? Ach. Die hauen hier unter uns in der Mine rum. Ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, ich bin bei einer 8. Ich bin bei einer 8 von 10. Das heißt nicht, dass ich es schlecht finde. Wichtig. 8 von 10 finde ich sogar sehr gut. 8 von 10 finde ich sehr gut. Ich würde wahrscheinlich wenigen Spielen eine 8 von 10 geben. Vor allem in der Tech-Demo. Und das Spiel hat sehr viel Potenzial. Das hat jetzt schon eine Unmenge drin. Also worüber man auf jeden... Was man auf jeden Fall sagen muss. Das Spiel hat eine Bomben-Grafik. Bereits jetzt. Scheißegal, ob Tech-Demo oder sonst was. Es hat eine Bomben-Grafik. Und hat eine super schöne Smoothie-Performance dafür. Also im Winter gab es ein paar FPS-Einbrüche. Die habt ihr glaube ich gar nicht gemerkt. Da ist es von 60 vielleicht runtergegangen auf 55 FPS oder so. Aber super. Für mich richtig gut. Ähm. Der Aufbau-Part, den finde ich auch echt klasse bislang. Durch diese dynamische Straßenbau, den man da mit dabei hat. Durch dieses... Durch diese dynamischen Hausbau, den man mit dabei hat. Sodass dann wirklich auch ein Haus daraus wird. Ja. Und nicht irgendwie... Ich baue hier ein viereckiges Haus und dann geht die Straße dynamisch lang. Das ist zum Beispiel etwas, was Fathers Frontier für mich verpasst hat. Fathers Frontier hat wunderschöne Straßen mit dabei. Und dann baust du im Grid. Also in vierecken. Das ist halt... Das ist halt... Deswegen. Ähm. Gleich gegeben. Und... Ähm. Hat man gemerkt? Der FPS-Einbrüche? Okay. Das macht es halt für mich schön. Ich finde es auch schön, dieses Prinzip, dass man... Bei Arbeitsplätzen... Eine Familie zuweist. Und quasi keine einzelnen Bewohner. Das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber... Ich finde es insgesamt gut, dass man halt als Familie sagt... Okay, wir als Familie müssen jetzt Holzfäller sein. Unsere Familie besteht jetzt aus Holzfällern. Da wird nicht der Vater Holzfäller und der Sohn wird auf einmal ein Händler. Sondern das sind Holzfäller. Wenn wir eine Familie später als Bauern festlegen, dann werden das Bauern. Wenn wir eine Familie später als Händler festlegen, dann werden das Händler. Das ist halt irgendwie... Das passt irgendwie zu diesem Dynastieaufbau auch. Das, was der Vater gemacht hat, dann macht der Sohn hinterher auch. Das, was der Mutter gemacht hat, dann macht der Tochter hinterher auch. So ungefähr. Das fühlt sich für mich als Laie mittelalterlich an. Ist einfach so. Ich finde es cool, dass man unterschiedliche Bedürfnisse hat. Auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Selbst ausprägende Sachen für... 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 Die Bewohner. Jetzt kommt natürlich, weil ich auch die Frage gesehen habe, was fehlt mir bis zu einer Zehn? Die Sache ist hier relativ schwer zu beantworten. Weil ich kann keine Zehn für eine Tech-Demo geben. Eine Acht ist für mich schon echt hoch. Aber ich kann keine Zehn geben, wenn wir noch nicht alles vom Umfang gesehen haben. Das erste... Das beginnt damit... Ähm... Also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre auf jeden Fall Tooltips, intensivere. Das würde ich mir wünschen. Das ist aber eine kleine Sache, die kommt hinterher dazu. Nicht davon abbringen lassen. Das brauche ich auf jeden Fall später. Worum es mir hauptsächlich geht ist, wie viel Motivation wird es im Late Game bekommen? Wie intensiv wird das Spiel einen binden? Das ist ja eine wichtige Frage, die wir auch gar nicht beantworten können durch die Demo. Wir haben zwar noch nicht alle Gebäude gebaut, aber es gibt jetzt auch nicht mehr Unmengen an Gebäuden. Wir bauen hier gerade noch unsere Residenz. Handel gibt es noch und es gibt ein paar Anfangsproduktionen. Insgesamt behalten wir uns aber hier... Halten wir uns auf diesem Level vom Medium Village. Und wir sollen ja noch höher steigen. Wir werden ja noch höher steigen da drin. Das ist ja die Sache mit dabei. Wie gut wird das sein? Und... Vor allem auch der RTS-Part. Wie intensiv und wichtig wird der denn hinterher werden? Wie wird es denn dann diplomatisch aussehen? Und so weiter und so fort. Das ist die Sache dabei. Das ist die Sache dabei. Klar kann man eine 10 geben. Du bewertest die Demo nicht das Spiel. Ne. Du kannst eine 10. Du kannst auch eine 1 geben. Mir ist ja egal, was du gibst. Aber ich habe gesagt, ich kann keine 10 geben. Und ich kann keine 10 geben. So einfach ist es. Da ist es... Für mich ist eine Demo auch grundsätzlich das, in welche Richtung das Spiel sich entwickeln wird. Und da kann ich von mir aus halt in dem Fall keine 10 geben. Aber ich kann auch eine 8 geben. Und das ist eine sehr gute Note. Also von dem her, ich kann da definitiv für mich selbst eine 8 geben. Keine 10. Das wird auf jeden Fall noch interessant werden. Wie wird es mit den RTS-Schlachten da drin sein? Wie wird sich die Diplomatie mit da reinbringen? Das sind so wichtige Punkte für mich dabei. Welche Richtung wird das gehen? So ungefähr. So ungefähr. In diese Richtung geht das Prinzip für mich. Wenn der Entwickler genauso weitermacht, wie er bislang weitergemacht hat, dann wird das hier meiner Meinung nach einer der Meilensteine für die Aufbaustrategie werden. Definitiv. Definitiv. Er muss nur dranbleiben. Und die Frage ist, die ich mir dann so stelle, der Entwickler lässt sich viel Zeit. Definitiv. Was gut ist. Wir sehen, dass es gut ist. Ich hoffe, dass auch dafür Verständnis bei der Spielerschaft sein wird, wenn das Spiel im Early Access Release wird. Dass es vielleicht nicht jede Woche ein Update geben wird oder alle zwei Wochen ein Update geben wird oder jeden Monat ein Update geben wird, sondern dass es auch mal ein Update ein bisschen länger dauern kann. Da hoffe ich wirklich, dass sie dann Verständnis dafür hat, weil dass die Arbeit sich dafür lohnt, das sieht man da auf jeden Fall in dem Prinzip. Ja. 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 RTS-Schlachten sind für mich eher ein Punkt, der Abschritt. Das kann ja hinterher anders sein, ne? Man kann nur das bewerten, was man hat. Also, sorry. Bis. 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 Wie es runterplätschert, wie die Sonne reflektiert. Aber, ist ja kein Problem. Wir können ja auch noch gerne mal darauf eingehen, warum es trotzdem für mich eine 8 von 10 ist. Auch wenn wir nur den Inhalt bewerten, den wir hier drin haben. Produktionskette, erster Punkt. Die Produktionskette besteht im Moment daraus, ich baue Schafe und hole mir dann Wolle. Wenn wir nur die Demo bewerten, wenn das das Prinzip ist, dann fahren wir ganz nach innen. Dann wird die Demo schlechter bewertet. Weil dann habe ich eine reine Produktionskette von A nach B. Ne, ne, ne. Das ist es noch nicht, das ist es noch nicht. Und, ähm... Der Aufbau von dessen, wie das alles gemünzt werden soll. Also, wie wird der progressive Fortschritt gemacht? Ist noch ein bisschen anders. Der ist noch nicht aufeinander aufbauend. Der ist noch keine Pyramide. Mit dem Beispiel Werkzeug, das uns gefehlt hat. Werkzeug, das wir benötigt haben, um, ähm... Zum Beispiel eine Taverne zu bauen, obwohl die Taverne schon früher dran gekommen ist. Das ist ein bisschen problematisch noch mit dabei. Also da muss noch Feintuning getrieben werden. Das ist das Balancing. Das ist das Polishing. Das kommt hinterher zum Schlussspiel. Also das kommt wirklich zu spät. Ich weiß nur nicht, wie es beim Early Access Titel ist. Wo es da reinkommt. Weil beim fertigen Spiel, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir das GTA 6 Beispiel, wo wir das da hatten. Ähm... Da kommt es wirklich kurz vor Release, weil es halt als fertiges Spiel rauskommt. Ich glaube, als Early Access ist das ein relativ laufender Posten nebenbei. Also es wird wahrscheinlich kurz vorher gemacht und dann wird es auch noch mal ein bisschen beibehalten. Irgendwas kriegen wir da schon hin. Deine Tech-Turm ist der Inhalt ordentlich. Deswegen hohe Bewertung. Bei wenig bin ich gehypt. Klar, der Hype-Faktor zählt automatisch mit rein. Definitiv. Sieht echt schön aus mit den Dunzenwäldern. Ja. Definitiv. Brauchst du nicht auf mich eingehen. Will ich aber. Will ich aber. Danke für den Stream. Mach's gut, Heiligaxx. Mach's gut. Zeichen Lord, moin. Mach's gut, Heiligaxx. Hobe die Erde. Marit Jort. Fertiges Spiel, aber Paradox ändert sich ziemlich ordentlich. Die kommen aber nicht mal als Early Access raus. Die kommen halt einfach als Basis-Version raus und dann werden sie hinterher fertig gepatcht. Ne, nicht fertig gepatcht. Fertig ged... DLC'd. Sehr Crusader Kings. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall... Das auf jeden Fall ein Maßstab werden wird. Das wird auf jeden Fall ein Maßstab werden. Ich bin gespannt. Richtig gespannt. Und vor allem auch dieser Geschmack von Hooded Horses. Dass sie das so hinbekommen. Die haben bislang kein Spiel rausgehauen, wo man sagt... Näh. Aber bei dem Unternehmen, die setzen sehr auf Early Access Titel. Definitiv. Definitiv. Was ich dann halt ein bisschen... Wo ich dann wieder vorsichtig bin... Also man muss sagen, die Spiele werden in Early Access schon in gutem Zustand rausgebracht. Der Publisher ist natürlich auch immer dahinter. Wann wird ein Spiel veröffentlicht und wann wird ein Spiel nicht veröffentlicht. Jetzt haben wir Terra Invicta vom Hooded Horses bekommen. Das meiner Meinung nach bereits zu einem sehr guten Spielzeitpunkt rausgekommen ist im Early Access Bereich. Dann haben wir jetzt die Demo von Mannerlord bekommen, die auch zu einem Zeitpunkt rauskommt, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall schon mal solide. Da kommt kein Shitstorm. Das muss man ja auch immer ein bisschen mit bedenken. Gerade bei so einem Hypen-Spiel bei Mannerlord. Eigentlich war Mannerlord schon langsam in der Hype-Position, dass sie eigentlich hätten nur noch verlieren können. Muss man auch sagen, ne? Mittlerweile haben die so viel Hype generiert. Oder er hat so viel Hype generiert. Dass man fast hätte schon denken können, er verliert nur noch. Und das haben sie bravourös geschafft und hinter sich gebracht. Jetzt bin ich mal gespannt auf die anderen Spiele. Clan Folk. Clan Folk hat auch eine sehr stabile Basis. Grimworld im Schottland des 15. Jahrhunderts oder so. Auch eine sehr, sehr stabile Basis. Ich bin gespannt, wie die anderen Spiele von Hooded Horses so wären. Schauen wir mal die Demos davon an. Gesund bin ich immer noch nicht ganz. Ich kann halt mit RTS überhaupt nichts anfangen. Wenn du mit den Total War Schlachten klarkommst, dann wird das für dich ganz gut zum Eingewöhnen sein. Ansonsten kann ich das nachvollziehen. Aber ich denke, dass es hier auf jeden Fall so einen Aufbau-Ding geben wird. Der Gainstest Storm soll auch klasse sein. Habe ich auch schon häufiger gehört. Es hat Potenzial, wenn der Entwickler dranbleibt. Wir müssen nur Geduld mitbringen. Das wird wichtig sein. Zu sehr nach Reskin aus ist es halt wirklich Reskin. Das muss man auch sagen. Das Spiel hat nur ein einziger Entwickler gemacht. Ja, das Spiel hat nur ein einziger Entwickler gemacht. Sonst niemand hinten dran. Das ist halt einfach beeindruckend. Einfach nur beeindruckend. Man kann ein Game auch im Finish versauen. Ich hoffe jetzt mal nicht darauf. Also ich bin jetzt einfach mal hoffnungsvoll. Es ist richtig gut, dass immer mehr realistische Mittelalter-Games auf den Markt kommen. Ich freue mich schon riesig auf Kingdom Come 2. Kommt davon ein zweiter Teil? Ich muss den ersten immer noch spielen. Ai, 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 ai. Ich muss den ersten immer noch nachholen. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für alle anderen. Ein Typ aus so einer Grafik raus. Ja. Finde ich auch. Ich verstehe es nicht, wie die anderen das nicht schaffen. Mit dieser Unreal Engine. Dass die anderen es nicht hinbekommen, ein solches Spiel zu entwickeln. Große Studios. Unfassbar. Unfassbar einfach nur. Und übrigens bleibt das Holzproblem. Also da haben wir, glaube ich, einen Bug entdeckt. Das Holzproblem bleibt. Wahrscheinlich müsste man jetzt diese Sache hier umbauen. Nun denn. Aber. Das war es heute für mich.